Okay, aus irgendwelchen Gründen war ich der Meinung, dass ich irgendwann mal Donkey Kong Country durchspielen sollte. Leute im Chat meinten, oh, ist doch peinlich, es nie durchgespielt zu haben. Mach's einfach, ist ziemlich free und hier sind wir. Genieß die Musik. Ich glaube, ich habe keine Save-States zur Verfügung, was nett ist. Oh, ich muss Auto-Save aktivieren, denn speichern ist komisch mit dem Gerät. Aber ich habe keine Save-States oder so. Das heißt, wir müssen es regulär machen. Kann ich bitte eine vernünftige Sprache auswählen? Yes. Deutsch. Ich weiß nicht, warum ich mit dem Super Nintendo Controller spiele. Ich mag ihn nicht mal sonderlich. Okay, versuchen wir unser Glück. Er wird sowas von versagen, wir werden sehen. Wir werden sehen. Erstmal werde ich mir ein Leben mitnehmen. Ich glaube, ich sollte ein bisschen lauter machen, oder? Damit wir auch ein bisschen was hören können. Ich werde nicht alle Korumbuchstaben überall mitnehmen. Lass mich das direkt sagen. Denn mein Leben ist zu kurz dafür. Oh Gott, man wird so schnell. So, ich weiß natürlich noch, wie man das Spiel vernünftig spielt. Deswegen wird alles gut gehen, keine Sorge. Als ich zuletzt gespielt habe, das war, glaube ich, als wir gespielt haben, wo wir keine Bananen oder so wenig Bananen wie Milch einsammeln wollten. Und das lief miserabel. Das heißt, ich bin absolut eingespielt gerade. Du hast das O vergessen. Oh, oh. Warte, ich habe es doch danach nochmal gespielt, aus irgendwelchen Gründen. Oh ja, das war für das eine Video über Wasserlevel, was ich gemacht habe. Da muss ich noch bis zum Wasserlevel spielen. Ja, wir bekommen das hin. Oh, schau euch das prächtige Wasser an. Oh nein. Viele Leute spielen immer lieber mit Diddy. Ich nicht. Denn Diddy hat das Problem, dass er bei einigen Gegnern, wenn er auf sie drauf springt, dass er sie nicht mit einem Schlag killen kann. Und wenn ihr eine Sache über mich wisst, die meinen Charakter gut zusammenfasst, dann ist es die Tatsache, dass ich meine Feinde mit einem Schlag töte. Oder dass ich das gerne möchte. Seht ihr, das ist einfach nur... Das ist einfach nur... Ich will nichts sagen. Aber... Wäre ich nicht fucking Diddy gewesen, wäre das gerade eben nicht passiert. Okay. Okay. Dann hätten wir nämlich einfach ihn gekillt. Man bekommt übrigens eine Banane, wenn man Gegner mit dem Stampfer killt. Aber das wusstet ihr, oder? Das wusstet ihr richtig. Oh, sie laufen in Abgrund. Ich meine, peinlich wäre das nicht weiß. Man kann sich das gar nicht erst vorstellen. Vielleicht können wir das Rambi-Level demnächst mitnehmen. Der gute alte Rambi. Der wäre sehr hilfreich für mich. Endlich wieder gute Unterhaltung. Yeah. Ich habe das gar nicht mitgenommen. Ich glaube, will ich die Musik noch lauter machen oder hört man die gut? Ich habe nicht das Gefühl, die Donkey Kong Jams, die will man nicht verpassen. Vor allem jetzt, wenn es richtig losgeht. Ich höre die gut. Okay. Wusste ich mal, dass man mit dem Stampf was töten kann? Ich auch nicht. Die haben das letztens random Video gesehen. Ich dachte mir, was? Vor allem, wir kommen eine Banane dafür. Wofür soll das gut sein? So ein Schwachsinn. Und ja. Ja. Es ist so ein unnützer Move. Warte, kann man Dinge aus dem Boden hauen? Tatsächlich üblicherweise nicht. Um das zu machen, muss man üblicherweise aus einer hohen Distanz auf den Boden fallen. Mit dem Stampfen funktioniert das meistens nicht mal. So, so. Und nun willst du einen Tipp von einem alten Opa haben. Im Knallertal gibt es viele Abkürzungen. Manche bringen dich sogar in den Himmel. Fässer mit den Buchstaben Decay solltest du öffnen. Vielleicht ist ja dein Kumpel drin. Ach, da seid ihr ja wieder. Okay. Das war ja mal eine Schwache. Ich wette, du dachtest, dies sei 64-Bit, oder? Nein. Das dachte ich nicht. Damals war ich schon dankbar, wenn ich eine kleine Explosion mich ins Nirvana beförderte. Was? Ich sag nur eins. Viel Grafik, wenig Spielspaß. All dieser Spaß kann doch nicht gut für euch sein. Ihr würdet ein gutes Spiel nicht erkennen, selbst wenn ihr die Hauptdarsteller wärt. Ja, so geht es mir auch. Ich würde Game Over in diesem Spiel nie zu sehen kriegen. Er ist eine Gaming-Legende. Im Dschungelfieber sollst du die Palmspitz nach Bonusleben absuchen. Funker kann ich überall Deutung bringen. Ja, ja, ja. Da seid ihr wieder. Warum sagt ihr am Ende immer, ach, da seid ihr wieder? Ihr habt das Gefühl, das sollte so nicht sein. Ehrlich gesagt. Der Höhlenwahnsinn. Hier gibt es auch viele Abkürzungen. Beziehungsweise viele Geheimwege, die man mit den Fässern öffnen kann. Ich bin nur zu schlecht dafür, aber das heißt nicht, dass sie nicht existieren. Und da ist eine ganze Bananenstaude. Jetzt bereue ich es, bis ich mir keine Bananen geholt habe. Ich will mir auch generell, glaube ich, Ich wollte mir eigentlich auch schon die ganze Woche über Popcorn kaufen. Ich wollte mir nämlich ein bisschen Schokopopcorn machen. Indem ich einfach ein bisschen Popcorn poppen lasse. Und dann werde ich ein bisschen Schokolade schmelzen lassen. Vermutlich Zartbitterschokolade. Und dann werde ich das Popcorn dann ein bisschen durchwälzen. Ich glaube, das wäre der gute Stoff. Ich habe es aber jeden Tag vergessen. Und ich werde heute nicht mehr einkaufen gehen. Und soviel dazu. Aber die Idee war da, okay? Acht Leben. Das ist das Leben. Der Herr liebt Bananen. Ja, ich weiß auch nicht ganz, was es mit Bananen zu tun hat. Aber das ist okay. Nein! 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 Ja, den Geheimgang kann man besser mit Diddy mitnehmen. Weil er das fast vor sich hält. Da reicht es, wenn man in die Wände reinläuft. Äh, die kaputt gehen. Ist ja Donkey Kong Country so ein schönes Spiel. Ich fahre mich wirklich, wie die späteren Level laufen werden. Ich weiß, dass ich in Welt 2 immer große Probleme bekomme. Damit mache ich nicht nur den, äh, das Loren Level, sondern hauptsächlich, oh Gott, diese Level mit diesen komischen Bibern in den, äh, in den Rädern drin. Die machen mir Probleme. Aber jetzt werden wir erstmal, äh, die beste Musik des besten Spiels hören. Dieser Tempel, yeah, genau die Tempel. Freue mich schon auf Welt 4. Was ist Welt 4? Ist Welt 4 die Eiswelt? Wenn ja, wiederholst du dich. Wenn du in Welt 2 Probleme bekommst, kriegst du jetzt heute langer Spaß. Ich denke nicht, dass wir es heute durchspielen werden. Aber ja, kann sein, dass Welt 2 problematisch wird. Ich weiß es nicht. Oh. Sollte kein Affengeräuschel nachmachen. Kommt nichts Gutes raus. Warum klingt das super dumm? Ich will nur die Wände abchecken. Machst du bald Popcorn mit geschmolzener Banane auf deinem Kochkanal? Ist das sexuelle Belästigung? Das klingt nämlich so, als ob das das wäre. Pass mal auf. Diese dummen Haie. Die erinnern mich immer daran, dass damals, als ich Don't Come Country hatte. Ich habe immer so gerne die Gebrauchsanleitung gelesen. Um mehr über die Lore der Bananenbewohner zu erfahren. Und da waren auch Bilder von den Haien drin. Und ich dachte mir, wow. Wow. So cool. So ein Videospiel. Hast du vor, alle drei Teile zu spielen? Bin auf jeden Fall dabei. Lass mich erstmal den ersten Teil spielen. Ich bin doch in der ersten Welt. Oh, und da ist Espresso. Der Strauß. Ich glaube, er heißt Expresso, nicht Espresso. Don't Come Country 2 würde ich aber auch gerne mal vernünftig spielen. Teil 3? Nicht so sehr. Teil 3 sah... Er sieht absolut nicht ansprechend aus. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch, dass Teil 3 der... Ich meine, ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der es so sieht. Teil 3 ist so... Man sieht es immer und denkt sich so... Ja, eigentlich habe ich keine Lust. DKC3 ist der beste Teil. Ich meine, es kann sein, aber... Ist auf jeden Fall der hässlichste Teil mit viel Abstand. Knallertal. Ah, Knallertal wird auch kritisch. Verzeihung. Das Leben ist hart als Donkey Kong Country Spieler, müsst ihr wissen. Okay. Und da sollte auch gleich... Äh, gleich der Checkpoint sein. Teil 3 wirkt etwas überladen mit Features, sah ich das Gefühl. Yeah. Machen wir den richtigen Weg. Machen wir den richtigen Weg. Versuche etwas Spaß dabei zu haben. Auch wenn es hier natürlich viele Abkürzungen gibt, hat der alte Cranky gesagt. Videofragezeichen. Moment. Es ist 12 Uhr. Ich mag übrigens die Erinnerung. Die waren nicht, äh... Oh, es ist übrigens 12 Uhr, sondern Videofragezeichen. Öffentlich. Äh, fällt mir ein Tweet dafür ein noch. Apropos Tweet, habt ihr mitbekommen, dass, äh... Ich sehe, dass mein ganzer Feed damit voll ist. Ähm, unser Lieblingsmensch von allen, Elon Musk, hat sich dagegen entschlossen... Er hat sich ja dazu entschlossen, doch nicht Twitter zu kaufen. Dazu muss man sagen, Mann, das ist ja so eine große Überraschung. Er hätte damit gerechnet. Ist ja nicht diese fucking wertlose Plattform für 35 Milliarden kaufen wird. Er hätte ja keiner wissen können. Auch sehr bedauerlich, yeah. Ich meine... Ich denke nicht, weil es die Plattform schlechter geworden wäre. Twitter hat ganz eindeutig... Twitter versucht so hart, politisches Zeug immer zu pushen. Das, äh, fucking fürchterlich ist. Weiß nicht mal, was an dem Punkt wirklich noch anstrengender werden könnte. Ähm... Erinnert ihr euch an... An Sony Ericsson Handys? Wäre es nicht echt super, wenn... Wenn jemand sowas ähnliches wie ein Video darüber machen würde? Oh! Oh, Moment! Das... Bin ja ich! Doppelpunkt, Link. Und wir sind fertig. Nein! Kremlins. Oh, man fängt so langsam an. Okay, jetzt sind wir hier. Ich glaube, hier kann man einfach durchrollen. Es ist eigentlich super spaßig, durch Gegner durchzurollen im Spiel. Weil man einfach... Wird einfach mit jedem Gegner, mit dem man durchrollt, schneller. Die Fässer mit den, äh, Zacken. Die Explosionsfässer. Bei denen wird man übrigens automatisch abgefeuert. Boom! Peinlich! Peinlich war das! Oh Gott, hier bin ich oft gestorben. Ich erinnere mich daran, dass ich diese Stelle hier oft, äh, gemacht habe. Äh, das ist tatsächlich der Game Boy Advance Teil. Nein, ist der super Nintendo Teil. Schauen wir jetzt kein Video. Was für ein Video sollen wir schauen? Ich meine, du kannst mal ein Video anschauen, das ich hier hochgeladen habe. Dafür... Dafür braucht ihr mich nicht. Der Game Boy hat halt nie existiert. Ich meine, Donkey Kong Land ist ziemlich shit, aber, ähm... Donkey Kong Country auf dem Game Boy Color dagegen. Ist ja ein guter Stoff. Ist ja nicht irgendwo... Was soll ich jetzt mit dem Sprengfass? Wofür war das jetzt gut? Naja, wie auch immer. Ich muss mich erst ein bisschen einfinden. Okay. Das Timing. Das, äh... Fassabfeuerns. Vor allem waren wir noch nicht mal bei den anstrengenden Stellen. Das ist das, äh, größte Problem daran. Ganz vorsichtig. Gott, ich hasse das. Ich will, äh, ungefähr dann abfeuern, wenn man noch ein bisschen, äh... Über dem Fass ist, quasi. So, könnte man sagen. Oh. Nein, ich wollte die Bananen erreichen. Du kannst mich nicht daran hindern, mein Ziel zu erreichen. Warum sind da oben noch so viele Bananen? Wahrscheinlich kann mit irgendeinem, äh... Anderen Ending dahin gesteuert, äh, geschossen werden. Und hey! Ich hab's geschafft. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zu, äh... Zu einem echten Knaller. Zu Candy Speicher. Hallöchen, ich bin Candy Kong und dies hier ist mein Speicherpunkt. Dann muss ich kurz hier drücken, damit es speichert. Wie wär's mit einem kleinen Dreher in meinem Speicherfass? Seid ihr noch was anderes? Ist Candy Kong Single? Yeah. Buster Kong, äh, will hier aber den Hof machen. Halli, hallo Jungs. Habt ihr, äh, habt ihr was zu speichern? Very Naughty Skrotten. Sie haben den Namen von dem Gegner nicht übersetzt und er heißt jetzt einfach Very Naughty und das ist sehr... seltsam. Okay. Er ist Very Naughty. Und jetzt Zeit für die, für die Nintendo-Banane. Uh, die Affenminen. Uh, die Affenminen. Das ist ein weiter Weg. Bis wir, äh, wieder speichern können. Das Level sieht so hübsch aus. Ein sehr, sehr weiter Weg. Wie heißt denn der Frosch? Ich hab's Gefühl, das ist so der, äh, Don't Come Country-Begleiter, den man am ehesten vergisst. Der heißt nicht Kermit. Winky. Winky ist auch kein Froschname. Direkt ein paar Bananen absahnen. Aber ernsthaft, Winky ist kein Froschname. Expresso-Zeit! Ich hab' überlegt, ob ich hier hingehen will, aber... Zuerst dachte ich mir, naja, das wär' dumm. Aber dann dachte ich mir, naja, das wär' überhaupt nicht dumm. Denn, äh, ich brauch' Leben. Für das, was mir, äh, bevorsteht. Glaub' ich hätte ein bisschen so entlang fliegen sollen. 200, das ist gut, wenn ich das... Äh, mein, wir kommen, glaub' ich, für jeweils, äh, 100 von den, äh, Teilen, die man einsammelt, ein Leben. Ich, ich, ich weiß von dem Verdoppler, okay? Ich will mir noch ein bisschen mitnehmen, bevor wir zu dem rübergehen. Oh, fuck, die Zeit läuft ab. Nein! Ich hab' so viel Zeit, ich hab' so viel Zeit. Oh Gott, nein, nein, nein. Warte, ist der Verdoppler... Gibt's hier überhaupt einen Verdoppler bei Expresso? Da ist überhaupt ein Doppler bei Expresso irgendwo. Ja. Wo hätte ich dafür hin müssen? Ganz oben. Okay, ich war also schon auf dem richtigen Weg. Ich hab' nur, äh, die Umsetzung war nur, äh, ziemlich schlecht. Winky, nein! Ganz rechts müsstest du rüberfliegen. Okay. Dafür hatte ich nicht die Höhe. Alter, das war das Level? Der ist ja kürzer als die Banane von, äh, Dingens. Oh, das heißt sogar Winky's Trampelpfad. Ich weiß von der Abkürzung. Wenn ich jetzt einfach direkt vor dem Fass runterspringen würde, okay? Ich weiß davon. Aber... Ich weiß auch, dass ihr alle sehr unzufrieden wärt, wenn ich diese nehmen würde. Keine Bananen-Shaming, bitte. Ich mein', solange sie nicht zu viele, äh, Flecken hat, ist sie eigentlich ganz okay. Okay. Kein Risiko eingehen. Ordentliche Leistung, soweit, möchte ich einfach mal meinen. Wir haben nichts gesagt. Wichtig. Nein! Komm schon! Komm schon! Komm schon, ganz ruhig bleiben. Nicht zu früh springen dieses Mal. Oh, nicht zu spät! Ich verliere meine ganzen Leben. Oh mein Gott, sie hat eine Mario-Kart-Strecke gemacht, bis sie im Loren-Level spielt. Aber es gibt, ähm, es gibt, äh, Varios-Goldmine, welche sehr nah dran ist. Wahrscheinlich würde eine, äh, Strecke, die auf dem Loren-Level basiert, auch einfach so aussehen. Oh Gott! Einfach keine Zeit, um zu reagieren. Nicht hoch genug gesprungen. Aber gut. Aber gut. Ich, ich, ich habe das Leben mitgenommen. Und das ist gut. Zeit, solange ich das ungefähr hin und wieder mitnehme, kann nicht zu viel schief gehen. Hoffe ich. Zu früh. Als ob das nicht zu früh war! Egal. Egal. Fuck! Okay. Äh, shit. Ich habe aber noch ein Leben abgestaubt. Es gibt so ein paar Sprünge, die, äh, sehr schwer sind, um ihnen, äh, auszuweichen. Fuck! Viel zu früh gesprungen. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir bekommen das hin. Da habe ich keine Zweifel dran. Keine Zweifel. Ich würde sagen, solange ich noch über 10 Leben habe, bin ich zufrieden. Wenn wir unter 10 Leben sinken, wird das Ganze problematisch. Yes! Wie, 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 wie soll man dem, 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 wie auch immer. Fuck, ich bin doch gesprungen! Ich bin zu spät gesprungen. Wir hatten es doch. Egal, ich habe das Leben mitgenommen. Ja, ich würde sagen, wir sind raus. Ach, und das hat jetzt noch gezählte... Okay. Ich habe den Sprung scheinbar doch noch geschafft. Oh, yes! Oh, das lief gut! Der goldige Buckel. Was ist der goldige Buckel? Oh, das ist das Level dessen Existenz ich immer vergesse. Ich habe das Gefühl, mit dem Reifen hätte ich irgendwo anders hingehen können. Ich habe halt keine Ahnung wohin. Wie auch immer. Und da ist mein alter Freund DK Donkey Kong. Wisst ihr, was mich traurig macht? Irgendwann in meinem Leben werde ich wahrscheinlich Donkey Kong 64 durchspielen. Und das macht mich jetzt schon traurig. Ich tue mir jetzt schon leid dafür. Echt, ich erinnere mich oft an das Level, weil es halt direkt nach der Lore kommt. Na, bei mir geht meine Erinnerung direkt zu... Nein, der Reifen! Meine Erinnerung geht direkt zu... Hamsterrad-Tempel über. Dann greifen wir den Reifen mal noch weiter mit. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ganz vorsichtig. Hier, da ist ein komischer Geheimgang. Da ist Winky! Winky die Kröte! Donkey Kong 64 ist super. Oh nein. Die drei Donkey Kong 64 Fans sind da. Willkommen, Sarah. Winky! Nicht jeder Frosch heißt Kermit. Also ein miserables Timing. Ganz ruhig, Donkey Kong. Ganz ruhig! Der Affe ist heute sauer. Ich mag es, dass man in Donkey Kong 64 10.000 Sachen sammeln muss. Ich habe Donkey Kong 64 nie wirklich viel gespielt. Aber ich weiß, dass es viele Items gibt, die, wenn man mit... Beziehungsweise, dass es banal in verschiedenen Farben gibt, man immer den richtigen Charakter haben muss, damit man die überhaupt aufsammeln kann. Ansonsten sind sie transparent und man kann sie nicht mitnehmen. Das ist so unbefriedigend. Wusstet ihr übrigens, dass Winky... Der wusste dir das? Wusstet ihr das schon? Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ist das Mario 64? Der ist auch so. Ich finde, jeder Frosch muss einfach Fruppi heißen. Fruppi! Welcher Frosch heißt Fruppi? Das klingt wie Cornflakes. Zugegeben, wenn du mir sagen würdest, es gibt Fruppi-Cornflakes und die haben den Frosch als Maskott. Ich würde sagen, ja. Ich würde mir vorstellen. Das kann ja nicht so schwer sein. Wenn ich einen Frosch hätte, würde ich ihn eher Frogo nennen. Angelehnt an den einzig wahren Ringträger. Fick, Bilbo. Frodo ist der überlegene Ringträger. Warum? Warum schaffen wir? Warum kann ich das nicht? Ich springe über jeden Reifen richtig ab, außer der eine über dem Abgrund. Da sagen sich meine Finger dann... Ja, wie wäre es, wenn ich einfach im falschen Timing drücken würde? Was soll das denn? Was soll ich das sagen? Ich habe kein Problem mit den anderen Reifen. Bilbo größer als Frodo, das ist so gelogen. Frodo heute in einem Film die ganze Zeit rum. Der Film ist ja auch nicht canon. Winkie kann die Biedern übrigens töten, wenn man drauf springt. Das kann doch nicht sein. Ich verliere mein ganzes fucking Leben in diesem Level. Diesen Level, dessen Existenz ich vergessen habe. Ich werde gleich so Gamer-Ragen. Ihr habt keine Ahnung. Machen wir das eben ohne, äh, Froschfreund. Okay, man kann nicht A gedrückt lassen. Man muss schon etwa im richtigen Timing drücken. Wie kann ich so lange für dieses dumme Level brauchen? Ich verstehe es nicht. Es ergibt keinen Sinn. Es ergibt absolut keinen Sinn. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich glaube, es lohnt sich an dem Punkt die drei Bananen hier mitzunehmen. Denn ich brauche alle extra Leben, die ich haben kann. Ich weiß auch nicht ganz. Ich weiß auch nicht ganz, was hier gerade vor sich geht. Werde ich dieses Level vor dem Game Over schaffen? Ja, werde ich. Und zwar aus folgendem Grund. Aus folgendem Grund. Bevor ich Game Over gehe, würde ich das erste Level noch ein, zwei Mal machen, da, äh, Leben mitzunehmen. Das heißt kein Game Over für mich. Aber vielleicht ein Levelende für mich. Da ist der Pfeil, da ist das G. Der G-Punkt. Nach all den Jahren. Ich sollte nicht auf diesen Reifen gehen. Und ich hasse die Reifen in diesem Level. Okay. Äh, das war... Ein nettes Bonus-Level, denke ich. Puh. Puh. Der Kork. Ruck-Zuck-Station. Komm in der Ruck-Zuck-Station. Hier geht alles ruck-zuck. Wie ist der Rabe? Nein, nein. Ich habe nur noch zehn Leben. Das zählt, was ich hier mache. Glaub mir, das zählt. Ich hasse dieses Level. So sehr. Oh mein Gott! Ich meine, das ist der Endspurt soweit. Hey, da ist das G. Und wir haben es geschafft. Ah, gutes Level. Ich gehe mal eine Runde speichern. Soll ich euch Affen, äh, was abspeichern? 14 Prozent, meine Freunde. 14 Prozent. Außer im Fall Maximilian. 500 Bits. Wie viel lieben Dank. Wie viel lieben Dank. Bad Mühlstein. Wohnt jemand von euch in Bad Mühlstein? Zufälligerweise? Mühlstein war ich natürlich. Oh mein Gott! Und seht ihr dieses, seht ihr den da? Diesen muskulösen Krokodil? Die fand ich damals so cool. Ich habe mir den mit dem Game Boy Printer ausgedruckt. Und dann, als er in, ähm... Als er dann dem Donkey Kong Cartoon vorkam, war er einfach nur ein fucking Vollidiot. Ich war so enttäuscht. Denn ich fand den so cool. Ich dachte mir, oh, er ist so cool. Und dann kommt er vor, er ist einfach nur... Einfach nur ein Idiot. So enttäuscht. Ihr habt keine Ahnung. Ah, das hat ziemlich gut geklappt. Der Cartoon ist eine Enttäuschung. Nein, ich mochte, äh... Ich mochte die Donkey Kong Country Serie damals sehr, aber... Es ist eine Enttäuschung. Ich stimme dem zu. Damals hätte ich dem nicht zugestimmt. Ich habe das so gerne geschaut. Ich habe die Folgen auf der OS aufgenommen. Ich meine, das war die Serie zu meinem Videospiel. Und ich frage mich bis heute noch, wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kristallkokosnuss geklaut? Ich kann die Frage nicht beantworten. Oh, Secret Winky! On! Naja, das lief ganz gut. Oh, der Necki! Der böse Necki! Kann ich eigentlich Winky wieder mitnehmen? Oh, ja. Das ist gar nicht, dass er in dem Level ist. Das ist auch ein Secret-Geheimweg, den man dafür gehen muss. Ong! Wie steht die jetzt zu Ong? Ich wünschte, ich müsste diese Stelle jetzt nicht... Oh mein Gott, ohne Diddy machen. Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Oh mein Gott! Na sowas, dich habe ich nicht hier erwartet! Der Crafty Croctopus versteckt seine Schätze in der Korallenkarambolage. Crusher ist der stärkste, Herr Kramlins. Du kannst sie nur mit einem Fass erledigen. Crusher ist sein Name. Ihr werdet... Ihr werdet... Ihr würdet diese lächerliche Aufgabe ja wohl auch ohne meine Hilfe bewältigen, oder? Neckis Knacker! Warum ist Necki so weit oben? Okay, man kann ihn auch erwischen, wenn er so weit oben ist. Das ist nur, äh... Ich wollte gerade sagen, kann er nicht auch weiter unten auftauchen? Kann er. Kambolage ist ein unironisch gutes Wort. Oh ja, Kambolage ist schwer in Ordnung. Das läuft nicht gut, muss ich sagen. Das läuft nicht gut. Ich sollte auch nochmal speichern. Was? Warum nehme ich immer Schaden? Okay, ich werde jetzt nicht mehr angreifen, wenn er von da oben kommt. Nein! Ziehe ich gar nicht ein. Ziehe ich gar nicht ein! Okay, Schamper futzt jetzt doch. Ich muss, nachdem er, äh... gespuckt hat, zu ihm rüber. Gut! Ja, pass mal auf. Ich werde jetzt erstmal nochmal bei Candy speichern gehen. Bevor ich, äh... weitermache. Denn ich, ich will nicht Game Over gehen. Oh, jetzt, jetzt sind wir im Spiel. Zwei Treffer. Reifensprung verkackt, das ist okay. Wir sind trotzdem im Spiel. Drei Treffer. Wie viele Treffer brauchen die Bosse in dem Spiel? Wir haben ihn scheinbar. Oh, oh. Das Traubenthal. Oh, oh. Die Geierfeier. Hier war die, äh... Hier war die Wespe der... Oh nein, die kleinen Neckis. Die großen Neckis. Hier war die Wespe der Bossgegner. Einfach immer weiter. Alles ignorieren. Schöner Wald. Ich meine, es ist kein hässlicher Wald. Die kleinen Neckis sehen aber ziemlich übel aus. Sie haben so eine... Fair. Sie haben so eine unsaubere Outline. Die Welt, die nicht das Spiel am häufigsten abgebrochen hat. Ich habe die Welt damals eigentlich gerne gespielt. Ich weiß noch, dass... Ich glaube, war es vielleicht sogar in dem Level, die... Direkt, äh... Womit der Liane dann die Automatschweiter schwingt, sich, ähm... Äh, an Wespen und so vorbeimanövrieren muss. Ich gebe zu, dass ich das besser hätte machen können. Wie zum Fick war das? Oh nein, das... Dieses Bonus-Spiel. Ich glaube, die werden immer schneller. Die fand ich auch cool. Wie heißen die nochmal? Nein! Okay. Hat die Twitch-App schon immer so ein Problem, stabil zu laufen? Äh, ja. Twitch-App war immer ziemlich grauenhaft. Habe ich zumindest gehört. Ich habe sie nie verwendet. Man erzählt sich, dass sie nie, äh... Allzu gut war. Oh. 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 Wo ist hier? Oh, da rechts ist er. Ich dachte, der oben ist vielleicht irgendwo ein Fass versteckt oder so. Nein! Twitch of Mani wäre nett, wenn man nicht 20 Minuten Werbung vor dem Stream hätte. Apropos. Ich habe eingestellt, dass Twitch, äh... Pro Stunde eine Werbung, äh, schaltet. Und die meint, dass ich dafür dann, äh... Beziehungsweise eine Minute Werbung pro Stunde automatisch. Und, äh... Dafür bekomme ich irgendwie 180, äh... Euro pro Monat. Da hatte ich mir jeher, warum nicht? Das ist mir wert. Das ist ein Deal für mich. Ah, wir sind jetzt auch mal durchgegangen. Es gibt da so ein... Weil sie, äh, mehr auf Werbung setzen sollen, gibt es da so ein, äh, Programm. Für mich sind es mal durchgegangen. Und, äh, bei Fuli haben sie... Warte, wie viel haben sie geboten? Ich glaube, es waren sieben Euro oder so. Nein! Ich wünsche, ich würde nicht so an den fucking Fesseln vorbeispringen. Sieben Euro... Ja, ich glaube, es waren sieben Euro Bonus pro Monat oder so. Es war absurd wenig. Ah, okay. Das ist fast Werfmiss hier eine ganz nette Sache, die man machen kann. 180 Euro schon versteuert. Warum sollte Twitch für mich Steuern zahlen? Mann, das ist was wert, hier hochzugehen. Und hier ist absolut nichts! Nee, ich will nicht's! Oh, yes! Die Gaia-Feier abgeschlossen. Wir werden die Gaia-Feier aber nochmal machen müssen. Die Gipfel-Kommune. Oh, ich erinnere mich an dieses Level. Was? Ich dachte, dass ich vielleicht genug Höhe gewinnen könnte. Oh, man muss mit dem... Kommt der nochmal? Er kommt nochmal rübergeflogen. Ha! Yes! Ein extra Leben für mich, bitte! Kong! Donkey Kong! DK! Das ist halt ja nicht davon, dass das einfach nur ein Ewok-Dorf aus Star Wars ist. Ich glaube, das ist Zufall. Servus hat Bäumhäuser erfunden. Ja, sag ich doch. Glaubt ihr, Donkey Kong steht auf der Seite des Imperiums? Ich nehme mich ja. So würde ein Baum-Dorf halt aussehen. Ein vielleicht, aber... Weiß nicht. Ich habe das Gefühl, Star Wars hat auch ein bisschen was... ...zu beigetragen, zu dem Look. Okay. Äh, nur weil es Imperium DK mit Bananen versorgt. Oh, yeah. Glaubt ihr, Donkey Kong war sehr traurig... Glaubt ihr, Donkey Kong war sehr traurig, als, äh... Die eine Bananensort, die man, äh... Bis in die 50er immer, äh, hatte, ausgestorben ist. Und er sich plötzlich an andere Bananen gewöhnen musste. Also, wenn ich jemand wäre wie Donkey Kong, das ein ganzer... Das ein ganzes Leben dort daraus besteht, sich über die Ahnung zu kümmern, ich wäre scheißwütend. Ich mag diese Stelle überhaupt nicht. Ah, das Timing davon ist halt auch ein bisschen unfair. Ich meine, woher soll ich das wissen? Das muss ich erst ein bisschen lernen. Keine Panik auf der Titanic. Wir bekommen das hin. Seht ihr ja? Will ich mich bei der Banane unten entlang schießen? Bekomme ich dann irgendeinen Bonus? Yes. Wahnsinn. Oh, ich mag das nicht. Das war, glaube ich, ein einmaliges Fass für das, äh, Backup. Was machen die Kremlins hier überhaupt? Wohnt ihr in Baumhäusern? Wie soll ich denn die Scheiße jemals vernünftig timen? Oh mein Gott, dieses Level ist so eine Scheiße. Ich hasse dieses Level. War das auf dem Game Boy Color auch so eine Scheiße? Ich kann mich daran nicht erinnern. Schauen wir hier nochmal rein. Vielleicht kann ich da ein, äh, gratis Leben bekommen. Nein, das ist N. Hm. 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 Das ist alles so dumm, Timing-technisch einzuschätzen. Mein Gott. Ich lebe. Wollte mich verarschen oder so? Ist das wirklich nötig gewesen jetzt? War das nötig? War das wirklich nötig? Wirklich? Okay. Seht ihr, deswegen habe ich nochmal abgespeichert. Ah, das heißt, wir müssen jetzt den alten Necki nochmal machen. Nein, Moment, wisst ihr was? Wir werden kurz ein paar Leben farmen. Im Dschungelfieber. Denn, äh, ich hätte gern mehr Leben als, äh, 5, wenn ich in diese Welt rübergehe. Das ist eine wichtige Sache, die man nicht vergessen sollte. Manchmal geht es in Donkey Kong Country auch einfach nur darum, Leben zu sammeln. Wenn ich da oben weit über die Palmen entlang springen könnte, würde ich bestimmt eine Menge Leben bekommen. Ganz wichtig ist natürlich auch, den Expresso mitzunehmen. Die Game Over Screen ist so belastend. Naja, die haben nur ein bisschen, waren nur ein bisschen, äh, in London in der falschen, äh, Gegend unterwegs. Passiert einfach. Ich würde sagen, wir machen, äh, zweimal das Level. Und dann, äh, versuchen wir es nochmal. Ein Versuchen wir nochmal richtigen Fortschritt. Nicht das Sturzteil. Niemand will das Sturzteil spielen. Das Nasone heißt Rambi. Außer im Leon 1, 7, 0, 3, 4, Zahlen, äh, 17 Monate. Resub. Vielen, vielen lieben Dank. Okay. Ich werde diesmal versuchen, über die Palmen, äh, mich fortzubewegen. Hätte ich besser machen können. Ich glaube, die Ballons fliegen weg nach der Zeit. Lief okay, würde ich sagen. Lief okay. Auch wenn ich, auch wenn ich jetzt die Kong-Buchstaben nicht, äh, zusammenbekomme. Direkt zwei Gratis Leben abgestaubt. Und dann noch die 100 Bananen. Oh, wir schwimmen in One-Ups. Da war ein grüner Ballon, habe ich noch nie gesehen. Ja, ich glaube, für den grünen Ballon muss man aber schneller sein. Am Ende gibt es noch ein Bonus-Level. Wo ist ein Bonus-Level am Ende? Oh mein Gott, ich habe ein Level mit Donkey Kong geschafft, sehe ich gerade. Seht gut aus, Leute. Springt rein, hebt ab und schon verlasst ihr diesen müden Ort. Ich will, oh ja, hören. Ich liebe es, dass es einfach ein Fass ist, in welchem einfach ein Flugzeug drin ist. Und jetzt wird der Necki geneckt. Ach komm schon. Ich bin nicht gut in diesem Necki-Kampf. Oh, gesegnet. Gesegnete Ausbeute. Ich hätte übrigens speichern sollen, nachdem ich die Leben geholt habe, aber wie auch immer. Werden nicht nochmal Game Over gehen, das ist der Trick. Zurück zur Geierfeier. Die Geierfeier ist immer noch besser als ein geiler Freier, habe ich recht. Was geht hier schon los mit diesen fucking Fässern? Das macht mich direkt sauer. Ne! Er war zu schnell. Ich hätte mich fast noch gerettet. Habt Geierfeier wird das Spiel unfair. Ich will nicht sagen, dass das Level unbedingt unfair ist, aber das Level danach hat auf jeden Fall einige unfaire Stellen. Ich denke, darauf können wir uns alle einigen. Dieses Mal nicht. Ach, warum bin ich überhaupt hier hin? Ich will die extra Bananen halt nicht mehr wirklich. Gehen wir über die Bananenpreise. Die sind bestimmt auch gestiegen. Gehen wir über die Bananenpreise. Okay, Konzentration. Alter, wo ist das K? Oh, wahrscheinlich bekomme ich das K, wenn ich das mit den, äh... Oh, fuck. Mit diesen beiden, äh, blauen Krokodilen schaffe. Wofür ich zu scheiße bin, um es zu schaffen, aber... Ich vermute, dafür bekommt man das K. Da ist mein Homeboy Donkey Kong. Hervorragend. Ich hab schlechte Neuigkeiten. Wir haben den, äh, Homey Kong verloren. Ziemlich grün, dachte ich, das wird hinhauen. Kommst du, dass du Donkey Kong spielst? Ich hab vorhin Dead Cells gespielt. Dann meinte ich, oh, ich hab Donkey Kong Country durchgespielt. Irgendwann soll ich das machen. Dann bin ich beschlossen, dass ich auch einfach anfangen könnte. Und, äh, hier bin ich. In welchem Level musst du Mario mit Föstern bewerfen? Äh, das war tatsächlich Cranky Kong, der das gemacht hat. Der, ähm, alte Affe, den man hier immer wieder antrifft. Das ist jetzt ein Enkel. Und dieser Donkey Kong macht sowas nicht. Dieser Donkey Kong, äh, macht ein paar Kartrennen und sowas mit Mario. Inspirierende Geschichte hat keinerlei. Hast du dann Kong Country 1 mal durchgespielt, Fully? Fully wirkt wie jemand, der Teil 2 nur durchgespielt hat. Wann? Komm schon! Wie soll man denn da durchkommen? Wenn das nicht richtig war. Oh, Schwachsinn. Ich hab nicht mal Donkey Konga durchgespielt. Ich sollte nicht in dieser Stelle den Chat schauen. Dann hab ich nicht, hab ich auch ehrlich gesagt, äh, lieber zu, wie das jemand spielt, der es selber zu spielen. Wenn er eingestellt hat, wirklich nervig. Yeah. Fuck! 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 Oh mein Gott, ich stell mich so scheiße an in diesem Level. Ich hab noch nie Donkey Kong durchgespielt und nicht mal Donkey Kong Country Returns 3D. Ich liebe es, wie unglaublich lang dieser, äh, Titel ist. Und ich möchte übrigens anmerken, ich hab, äh, im Dezember Super Metroid durchgespielt. Das heißt, ich für meinen Teil hab genug, äh, N64-Staples für die nächsten drei Jahre durchgespielt, okay? Selbst auch, wenn ich an Donkey Kong scheitern würde, was ich natürlich nicht werde, auch dann wär's okay. Ich hab Donkey Kong fließt durchgespielt, was das zählt. Es zählt nicht als ein S, nee, S-Teil. Ich hoffe, dass kein, äh, zu heißer Nehmer an dem Punkt. Okay. Das ist fucking Necky. Okay, gut genug. Ich spüre momentan nicht viele Ocarina of Time, Randos. Meiner lief miserabel. So, dass ich versuch's gar nicht erst. Ich hab nicht das Gefühl, dass, wenn ich versuche, auf den Necky zu springen, dass ich dann nur getroffen werden würde. Selbst dann, wenn ich's schaffen würde, müsste ich immer noch... Müsste ich immer noch dieses fucking Minispiel machen. Ich muss aber übrigens gestehen, dass ich nicht glaube, dass Ocarina of Time als Super-Nintendo-Spiel zählt. Cut! Cut! Da hast du das N64 gesagt. Das einzige N64-Spiel, das ich aktuell durchspielen will, ist, äh... Ich hab mich letztens erinnert, dass es existiert. Das hab ich, ähm... Das hab ich damals immer auf Nrums gesehen. Ich glaub, ich hab's auch mal runtergeladen. Ich hab's nie weit gespielt. Das war... Es gibt so ein Herkules-Spiel für N64. Und das ist quasi ein Ocarina of Time-Klon. Ich glaub, ich will das mal durchspielen. Das wirklich N64 gesagt, hab ich nicht. Warum lügst du? Aber ja, dieses, ähm... Herkules-Spiel, was irgendwie nur Kündigung of Time-Klon ist. Ich muss irgendwann mal durchspielen. Interessanterweise zahlt man Cartridge-Only für das Spiel 150 Euro. Das heißt, ich würd's an eurer Stelle emulieren. Hat ProJarret nicht mal wieder dazu gemacht? Ich glaub nicht. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich will nicht erinnern, dass ich generell irgendjemanden mal darüber reden gehört hab. Komm schon. Woher weißt du's dann? Ich hab's auf Enroms gesehen. Die hat da nicht so viele Spiele. Wer die Enroms-Zeit nicht miterlebt hat, der soll mit mir gar nicht erst über Nintendo-Spiele reden. Sprich mich gar nicht erst an. Darauf. Ich werd in der N64-Spiel irgendwann mal Glover und Raymond 2 durchspielen. Also ich will nicht der Typ sein, aber, äh... Die N64-Version von Raymond 2 ist nicht so der Knüller. Beziehungsweise, es ist okay. Es ist eine gute Version. Ist, glaub ich, die gleiche wie auch auf PC. Das Problem ist nur, dass es mit, ähm... Dass es mit einer unglaublich schlechten Frame-Aid läuft. Das heißt, ich würde, äh... Ich würde die PC-Version auf jeden Fall empfehlen von Raymond 2, aber ich denke, emuliert sollte die Dreamcast-Version auch besser sein. Raymond 2 N64 ist halt super langsam. Was hat geklappt? Hat's auch ein NS? Ich hab ein NS, ja. Beziehungsweise ein Famicom, um genau zu sein, aber... Ja, die PS1-Version von Raymond 2 ist ein Problem. Pass mal auf. Wir spielen das Spiel jetzt so wie jeder, der das Spiel tatsächlich nicht über Emulator spielt, okay? Und damit meine ich, wir spielen es feige. Ich geh zurück in Welt 2. Ich speichere ab. Und dann gehen wir mit Funky wieder in Welt 3 zurück. Äh, ich werde aber schnell noch aufs Klo gehen. Aber ich denke, ihr könnt ja Musik so lange... Wisst ihr was? Nein. Nein, wisst ihr was? Nein. Ihr bekommt vernünftige Musik, die ihr lauschen könnt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß soweit mit der Funky Kong. Sieht gut aus, Leute. Und dann geht's weiter. Traubental. Grüner Taumel. Oh, das Level fand ich super cool. Wahrscheinlich werde ich daran scheitern, aber... Ich denke, von der Idee her ist das ein super spaßiges Level. Ich werde es gar nicht erst versuchen. Dieses K werde ich gar nicht erst versuchen mitzunehmen. Oh, okay. Danke, DK Fass. Ja, schau euch das an. Ich denke, das ist eine super spaßige Idee. K oder keine Bälle? Mein Freund, ich bin an dem K schon seit einer guten Minute vorbei. Ich habe in der Zwischenzeit sogar einen Checkpoint. Fuck! Er wird zu Liane rübergeworbt. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ah, ich glaube, dass sie einen Donkey-Partner werfen. Das geht ja so in Donkey Kong Country 2. Oder geht das in Teil 1? Ich glaube nämlich nicht. Nein, Teil 1 nicht. Okay. Ich sehe, ich habe Ong. Vielleicht bekommen wir Ong. Ong wäre das Leben. Ong! Und sogar noch das Leben. Und die Framerate stirbt. Na, das ist ein cooles Level. Erzählen wir doch nichts. Fuck! Ich hätte einfach vor ihm landen sollen. Wer ist mit Kongo, Bongo, Dröge, Dongo? Das klingt so, als wäre es aus dem Donkey Kong Country Cartoon. Mit dem habe ich vorhin übrigens geredet. Denn ich habe den damals gerne geschaut. Aber du bist ja damit vertraut. Was ist aus dem Cartoon? Ja. Ja, ich habe gesehen, dass du ihn letztens Streamer geschaut hast. Ich bin jetzt vorsichtig. Ich bin jetzt vorsichtig. Ich kann jetzt konzentrieren. Na, der eine am Ende ist einfach, ist einfach zu viel. Ganz vorsichtig. Kein unnötiges Risiko eingehen. Yes! Der Bambel-Tempel. Der Bambel-Tempel. Oh, das ist der, wo man verfolgt wird die ganze Zeit. Hui. Gut gemacht, Didi. Ich muss durch diese Gegner durchholen. Was mache ich denn da? Hör ich da hessisch. Konzentration. Yes. One up. Ich war fast so schnell, dass ich durch die Zeit gereist bin. Für kurze Zeit zumindest. Und dann nicht mehr so sehr. Okay. Der reformierte Tier war übrigens super. Ich meine, wenn man ihn richtig macht, kann er bestimmt nett sein. Wenn er nicht gefüllt ist mit der riesigen Eigelb-Klumpen. Fuck! Warum geben die Bananenstauden immer nur eine Banane? Wer hat sich das ausgedacht? Wer von euch war das? Oder geben sie jedes Mal doppelt so viel? Ich glaube, sie geben jedes Mal doppelt so viel. Wie der lebt noch. Warte, ich glaube, ich werde damit zum Checkpoint. Nein. Ich glaube, man wird zum Checkpoint gejagt, wenn man dieses Bonus-Level gemacht hat einmal. Das ist nicht, was ich mir gewünscht habe. Niemand hat sich das gewünscht. Aber oh. So viele Rambis. Sieh was? Eigentlich ist es ganz gut, mal ein paar Bonus-Leben abzustauben. So ganz nebenbei. Jetzt mal eine Banane mehr. Das ist dann doch nicht so viel. Oh Gott, die Zeit... Was? Warum läuft die Zeit so schnell ab? Das waren doch keine Sekunden. Jetzt bin ich hier nur ohne Decay fast. Wahnsinn. Das sind doch keine Sekunden gewesen. Na warte, hier waren wir noch gar nicht. Das waren Nintendo-Sekunden. Du meinst Mario-Bros-Sekunden. Kann ich gar nicht leiden. Das ist eins, was ich noch weniger leiden kann. Das ist der dumme Bruder von ihm. Fuck! Fuck! Damit meine ich Luigi. Ganz recht. Okay, jetzt bin ich hier. Okay. Ich wurde also doch ein bisschen nach vorne vorgeschickt vorhin. Das ist ja nicht ganz nett, das. Der Bruder von Luigi ist schon sehr blöd. Ich meine nicht den Bruder von Luigi. Ich meine Luigi. Es gibt Leute, die sagen, oh, Luigi finde ich so toll, weil er so viel Charakter hat und sowas. Sein Charakter ist, dass er dumme Geräusche macht. Dass er dumm ist. Mario dagegen, der ist ein richtiger Kerl. Scheut sich nicht, die Finger schmutzig zu machen. Luigi dagegen. Mit was ist er unterwegs in dem einen Abenteuer, das er hat? Gamecube, okay? Mario scheut sich nicht, sich die Finger schmutzig zu machen. Er beschmutzt die ganze Insel, weil sein Name in den Dreck gezogen wurde. Auf sehr vielen Ebenen. Luigi in seinem Abenteuer ist mit fucking Staubsauger unterwegs. Ich weiß nicht, wie Leute diese Kreatur ernst nehmen können. Was mache ich? Ich glaube, ich bin tot. Äh. Kann ich das wieder... Oh, jetzt ist es weg, okay. Alles gut. Und jetzt gehe ich zu meiner Alten. Hey, Candy! Aus dem Grayson, äh, sieben Monate. Resub, wir lieben Dank. Hallihallo, Jungs, habt ihr Lust zu speichern? Ich bin alleine. Diddy ist tot. Er ist tot, Candy! Diddy ist lange tot. Luigi ist nicht dumm, sondern eher naiv. Aber ich stimme absolut zu. Leute projizieren sehr viel mit Selbstmarschlichkeit auf Luigi, als tatsächlich da ist und so. Als ob er Mario einfach nicht seinen Charakter hätte. Yeah. Die Affenbande. Oh, das ist das Orang-Utang-Level. Oh, ich hasse die Orang-Utangs. Aber hier kann man zum ersten Mal Expresso haben. Oh, schau euch an, wie die Sonne untergeht. Einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich glaube, die heißen Klapptrap. Wie aus, äh, Grenzländer. Nur, äh, äh, anders betont. Ich glaube, die heißen wirklich Klapptrap, oder? Lege ich richtig in diese Annahme? Oh, das sieht jetzt auch ein Hit. Klingt richtig? Ja. Da ist er. Er hat so lange Beine. Schau euch die Jordans an, zum einen. Zum anderen, er hat so lange Beine, dass der Klapptrap ihn nicht erwischen kann. Komme ich an das O da unten? Das ist nicht wert. Da sind die Orang-Utangs! Okay. Warum hasst ihr uns? Der Dschungel ist groß genug für uns alle. Wenn Donkey und Diddy sind auch verschiedene Affen, aber die hassen sich auch nicht deswegen. Lieben, nicht hassen. Ich dachte mir schon länger, dass Orang-Utangs Faschisten sind, ehrlich gesagt. Ich denke, das wurde hiermit nur bestätigt. Und er wirft die Fässer. Glaubt ihr, er ist es, der in Wirklichkeit Mario mal bekämpfen wollte? Donkey Kong hasst Diddy eigentlich? Nein. Ich finde, Donkey Kong hätte nicht sich an Dixi ranmachen sollen. Hast du die Folge gesehen, Fully? Ich glaube, jemand hat Donkey Kong ein Mikrofon untergemogelt oder sowas. Und dann hat der irgendwie so ganz komisch Dixi angebaggert. Beziehungsweise, es war die Stimme oder so, aber es war ganz komisch. Sie war dann sehr sauer. Weil sie nicht von ihm belästigt werden wollte. Ich gehe eine Runde abspeichern. Nein, bei der waren wir nicht. Schade. Markt Austern. Das klingt so, als ob irgendwie der Wortwitz, der in diesem Level steckt. Ich habe das Gefühl, der ist lange verloren gegangen. Das klingt auch wie eine Punchline von dem Klopf-Klopf-Witz. Wer ist da? Markt, Markt wer? Markt Austern. Ich meine, sie hätten es wenigstens Austernmarkt nennen können. Nein. Ich mochte übrigens sehr die Unterwasser-Level in der Eiswelt. Und zwar, weil das Wasser da ist. Es war so ein helleres Blau und so. Da dachte ich mir, das ist ganz hübsch. Warte, wo ist das K? Wo war es? Was macht ein Gorilla unter Wasser? Irgendwas mit Bananen, oder? Ganz vorsichtig. Oh, oh. Jetzt wird es wieder nur ein Ong. Es wird immer nur ein Ong. Das ist das Schlimmste. Au! Ich wusste nicht, dass Haie in Rudeln jagen. Aber immerhin sind die Unterwasser-Level-Weblicherweise nicht so schwer. Tun Haie aber. Meinst du Delfine? Wann haien ich ja Einzelgänger? Wie er hier? Hm. Sie ist zurück. Und Haie sind Erzgänger? Ja. Aus dem Eckart der Erste. Fünf Giftsabs. Wie viel lieben Dank. Für den Michelin-Star. Oh Gott. Bearded Konrad. Song of Wind. Peacemaker. Und Akku Asma. Wie viel lieben Dank. Wie viel lieben Dank. Wird es wieder nur ein Ong. Bisher haben wir ein On. Ong. Es ist immer ein Ong. Okay. Bosskampfzeit. Ah, pass auf. Nach dem Bosskampf werden wir in eine neue Welt geschickt. Was, glaube ich, die Eiswelt wird. Und die Eiswelt ist cool und fürchterlich. Ich kann direkt sagen, wahrscheinlich wird die Bitrate in der Eiswelt sterben. Es gibt Level, wo es sehr stark schneit. Äh, ich werde dann erst ins erste Level zurückgehen. Und ein paar Leben hohen. Wenn du bist bayerisch, die kennen keinen K. Warum kennt man in Bayern keinen K? Hast du schon mal von König Ludwig gehört? Oh Gott. Die grünen Ballon habe ich wieder verkackt. Du meinst Önig Ludwig? Da wurde ich wohl erwischt. Das war ein Meserabel. König Ludwig. Der König. Die Spont der grüne Ballon eigentlich, wenn ich hier reingehe oder so. Wahrscheinlich nicht. Irgendwo müsst ihr noch ein grüner sein. Ich meine mich nämlich auch daran zu erinnern. Da ist er. Haben wir ihn gesehen? Jetzt gehe ich nicht zurück für das K. Oh mein Gott. Wir haben so viel Leben gerade bekommen. Und da ist die Nummer 3. Okay. Das sind auch sehr schnelle Sekunden, die hier vergehen. Wie komme ich da rüber? Oh so. Ich denke, ich mache es besser zu früh als zu spät. Okay. Jetzt weiß ich wieder, wie ich da rüberkomme. Ich hätte es natürlich noch etwas optimaler machen können. Aber ich denke, 6 Leben ist in Ordnung. Ist okay erstmal. Der absolute Wahnsinn, wenn ihr mich fragt. Wo ist mein Expresso-Teil? Oh, man kann Rambi mit dem Fass befreien. Ah. Nach dem Gang, wo du mit der Rambi durchgrenzt, gibt es einen Bonusraum links am Block, auf dem du danach lagst. Oh, die Erinnerung. Es gibt die Frosch-Bonus-Level. Weiß ich was? Dieses Bonus-Level, sowieso Zeitverschwendung, außer mal will ich Expresso holen. So weit, so gut. Selbst im ersten Level reicht es nur für Aung. Ich hasse es, dass es wahr ist. Ich bin kurz weg und dann hat sich der Herr entschieden, Donkey Kong zu dar. Den haben wir so viel, dass ich Schuld daran habe. Ich glaube, du überschätzt deine Wichtigkeit in diesem Stream. Nichts für ungut. Ich glaube, auf jeden Fall noch, im Idealfall die Eiswelt macht. Die Eiswelt ist ein absoluter Hit. Okay, Bumblebee Rumble. Allein, wenn ich es schon wieder höre. Ich glaube, mit Diddy läuft es okay. Das ist eine potenzielle Top-5-Eiswelt für heiße Sommertage. Ich sollte ein Sequel zu diesem Video machen. Ich sollte ein Sequel zu dem Eis-Level-Video machen. Ich glaube, da hätte ich Lust drauf. Vielleicht wäre es ein Kandidat dafür. Das werden wir noch sehen. Ich glaube, nicht. Gorilla-Gletscher. Schneefass-Gletscher. Oh nein. Oh nein. Danke, denke ich. Boah, was für ein Bonus-Level. Was für ein Bonus-Level. Das war das Level, wo es nach und nach anfängt zu schneien, oder? Ja. Oh, das ist so ein cooles Level atmosphärisch. Aber spielerisch, äh, fürchterlich. Zum einen, man rutscht auf Eis und zum anderen... Naja, das andere. Müssen einfach ganz langsam, äh, vorangehen. Ich glaube, in die kann man auch gar nicht reinrollen. Die kleinen Club-Trups. Sofern sie so heißen. Oh, seht ihr denn den Schnee? Der Biber wurde überrollt. Oh, oh, der Schnee. Werde nicht so schnell, Diddy. So, aber kriege ich auch einen Checkpoint? Dankeschön. Oh, fuck. Seht ihr noch was? Ich nehme mich nicht. Ich sehe nämlich nichts mehr. Geht gut los. Geht gut los. Ja, aber atmosphärisch ist das... Das ist ein... Das ist ein Top... Das ist ein Top-Five-Eisslap atmosphärisch. Das ist ein Top-Five-Eisslap atmosphärisch. Komm schon! Das kann doch nicht sein. Kann ich bitte auf der ersten Plattform landen? Das Problem ist übrigens, dass man eine Shit-Eis-Physik hat und ich sehr verwirrt bin. Wann ich, äh, lau... Das ist ein Top-Five-Eisslap. Oh, mein Gott. Diddy, hör auf! Zu rutschen. Oh, fuck! Gibt's nicht einen guten Weg, hier durchzukommen? Was soll ich mit diesen Plattformen hier am Anfang machen? Mit den ganzen Neckis. Wahrscheinlich einfach rüberspringen. Gibt's eine Abkürzung, die niemand kennt? Klingt so, als ob du die Abkürzung kennen würdest. Oh, mein fucking Gott. Gibt's nicht den Blick. Oh. Ah! Fuck! Oh mein Gott, das ist level. Ich sag's wie es ist, diese Eisplattformen hier am Anfang, die wären nicht nötig gewesen. Die wären nicht nötig gewesen. Nach dem einzelnen Geier musst du das erste Fass nach rechts oben schießen. So nach dem hier vermutlich. Das wollte ich nicht. Super Game Over muss man die gesamte Welt neu machen. Man ist den letzten Speicherpunkt wieder. In meinem Fall muss ich dann den letzten Boss nochmal machen und dann bin ich wieder am Anfang des Levels. Das heißt allzu viel werde ich nicht verlieren. Ich würde auch mal davon ausgehen, dass ich Game Over gehe. Ehrlich gesagt. Wissen Sie, was noch schlimmer wäre als Game Over zu gehen? Das war nicht mal beabsichtigt. Das wollte ich nicht mal. Was? Mir egal. Das war nicht mal beabsichtigt. Ah, passt auf, was ich sagen wollte. Das alles Schlimmste wäre, wenn ich nach dem Level-Game Over gehe und es dann nochmal machen muss. Was ein Loser-Moment. Ich habe den Shortcut versehentlich mitgenommen. Ganz vorsichtig. Ich darf nicht Game Over gehen. Denn wenn ich hier im Over gehe, ist alles vorbei. Werde eigentlich Gürteltiere in die Höhle gelassen? Warum heißt das Schwarzwald-Tour? Das ist nicht der Schwarzwald. Das ist eigentlich generell kein Wald. Wenn ihr mich fragt. Nein! Egal. Kannst gehen die Gürteltiere rollen mit Diddy? Das war fürchterlich. Oh nein, 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 oh nein. Das läuft nicht gut. Das läuft nicht gut. Dann kommen wir hoch. Nein! Gegen die Gürteltiere rollen funktioniert überhaupt nicht gut. Okay. Das läuft ziemlich gut. Verstehen wird es mit dem Schwarzwald nicht. Erstens würde ich sagen, das hier ist nicht der Schwarzwald. Das ist mein Lieblingslevel. Der Schwarzwald. Das ist mein Lieblingslevel. Maybe an der Schwarzwald an der Jenner birthday. And then. Das ist mein Lieblingslevel. Der Schwarzwald ist nicht der Schwarzwald. Der Schwarzwald ist nicht der Schwarzwald. Niemand hat jemals In fucking 22 Jahren Seit 32 Jahren Warte, wie rechne ich da? In den 28 Jahren, seit dieses Spiel existiert Hat niemand jemals ein Fan Von diesem fucking Gürteltier gemalt Sollt ihr euch zu denken geben Gürteltiere Jetzt werde ich in diesem shitlevel game over gehen Aber okay, dicke Fass Ich erinnere mich, dass mich in der Herrenherausforderung Auch über die Schwerte, aber du meinst, die sind nicht so schlimm So drehen sich also die Tische Yeah Sie waren in dem 2. Level auch nicht so schlimm Hier hat man zusätzlich noch Eisphysik Checkpoint Checkpoint Fuck Können wir noch einen? Nein Das Gegner? Oh, ich werde so dermaßen game over gehen Und dann muss ich dieses Level von davor nochmal machen Ich mein, bei dem Level kann ich damit leben Das nochmal zu machen, was auch immer Das Level davor Damit kann ich nicht leben Oh Und ich bin nicht auf das Teil gesprungen, aber okay Es sieht nicht gut aus für den alten Donkey Kong Es sieht nicht gut aus für den Donkey Kong Es sieht besser aus für Donkey Kong Wobei ich hier immer große Probleme habe Irgendwie halbwegs okay viel zusammen zu bekommen Aber ich glaube, es geht allen Leuten so Denn dieses On Guard Bonus Level ist absolute Scheiße Das will man halt nicht machen Man kommt dann einfach so viel weniger zusammen als mit allen anderen Der Bonusfisch ist hier Drei Was für drei? Mein Zeug wurde nicht verdreifacht Oh mein Gott Was hat das überhaupt gebracht gerade? Es hat nichts gebracht Dieses Bonus Level hat nicht viele Leben eingebracht Warum war da drei, aber meine Meine Teile wurden nicht verdreifacht oder verdoppelt Oder was auch immer Oh Gott Fick doch dieses On Guard Bonus Level Kann man da irgendwo seine Fische verdoppeln? Oh mein Gott Lila war runter Blau ist hoch Lila ist runter Wie weit kann man hier runter? Wir nehmen lieber das mit und honen ab Das ist so fair Das ist so eine faire Stelle Würde ich denn wissen sollen, dass da oben 5 Millionen von diesen Shit-Gegnern sind? Egal Ich schaff das Bin mir auch nicht ganz sicher, warum dieses Level gerade so scheiße läuft Ich habe es nämlich nicht allzu schwer in Erinnerung Aber es kann auch gut sein, dass die ganze Physik vor allem abspringen und sowas Oh Gott Auf dem Game Boy kann ein gutes Stück anders war Ich muss ja rechts entlang Egal Egal Könnte auch unser Bestes geben Um Angard noch mitzunehmen Auch wenn Angards Bonus Level echt scheiße ist Ah das ist okay Okay Dieses Bonus Level rettet mich Ohne dieses Bonus Level wäre ich so tot Ich wäre so tot ohne dieses Bonus Level Ist nicht mal mehr lustig Schau ich an wie viel Leben wir jetzt abstauben Das sind bereits zwei Leben, die ich inzwischen habe Es werden noch mehr Ich weiß gar nicht, ob es so sinnvoll ist, durch die Luft zu flattern Ich habe das Gefühl, da bekommt man nicht zu viel 300 Oh mein Gott Sechs Leben Yes Wir sind zurück im Spiel Wir sind zurück im Spiel Ist euch das bewusst Neun Leben Einfach immer oben bleiben Nicht ganz immer oben bleiben Wie es aussieht Ob es da hinten noch einen Raum gab Mein Leben ist eine Lüge Was meinst du mit da hinten Ja der Blind Jump war nicht so clever von meiner Seite aus Alter ist okay Der zweite Angard Bald regnet es noch ein paar Leben Der Raum mit dem goldenen Strauß Au Ohne den hätte ich ein Problem Fuck Egal 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 Alles gut Kein Problem Kein Problem Kein Problem sich Sorgen zu machen darum Wir leben Das ist das einzige was zählt Okay Okay Keine Ahnung wie ich ans G komme Ist ja was Egal Denn wir sind fertig Oh was für eine Schwarzwaldtour Eiszeitallee Ach fuck Oh nein Ich sehe nichts Oh danke schön Wer hat überhaupt die Seile hier aufgestellt Ich bin ziemlich gut darin In eine Richtung zu schießen Die sinnvoll ist Seht ihr Es gibt Expresso in diesem Level Naja war nett Solange es gehalten hat Würde ich mal sagen Verzeihung Was sollen überhaupt diese Blindjumps Stern Dick Ich meine komm schon Das ist kein Blindjump Taucht die hier überhaupt auf Bevor man Ich habe keine Ahnung Also ob sie auftaucht Bevor man Was wollte das ich suche Bevor man einmal rüber gesprungen ist Wir werden es herausfinden Und da ist der alte Expresso Weiter geht's Ein Gorilla Auf einem Rauswirrt mich immer wieder Oh mein Gott Der ist auf einmal So schnell losgelaufen Ich glaube Ich glaube Expresso ist von der Eisphysik dich betroffen Sei mal losgedüst Egal Bonus Level Bonus Level Zeit Bonus Level Zeit Gleich Bonus Level Zeit Bonus Level Zeit Ganz recht Ich habe nicht vor Game Over zu gehen Ganz links Am Anfang des Levels Gibt es auch Expresso Das sind übrigens noch die Stellen Bis wohin ich das Spiel Tatsächlich damals Gespielt habe Möchte ich mal eben anmerken Das heißt wir sind noch nicht da Wo ich dann Damals nicht mehr weiterkam Die Stellen kommen nämlich erst noch Jetzt wenn wir auf 350 kommen Wäre das ziemlich cool Sieben Leben für mich bitte Ohohohoho Schau dich mal dein Leben an Ohohohohoho 14 Stück Ich hätte am Anfang des Levels noch nach links schauen können Ich wusste nicht wie ich da am besten rüber springen soll Das ist Das ist seltsam auf dem Eis Okay Aber Das ist ein gutes Level um Leben zu farmen Muss ich fairerweise sagen Oh mein Gott Ich konnte nicht mehr anhalten Er ist einfach weiter nach rechts gerast Jetzt kann ich auch nicht mehr Oh Gott Jetzt muss ich ohne Donkey weitermachen Oh fuck's hat klingelt Lass mich mal schnell an die Tür gehen Als Absender des Pakets Ich sehe ich dass irgendwas Fun der irgendwas drauf steht Das bedeutet Das ist meine Bestellung aus Holland Und wisst ihr was ich aus Holland bestellt hab Ihr werdet es gleich herausfinden Jede Sekunde Okay Also Lass mich die Szene wechseln Brokkoli Fast Holländische Werbung Falls ihr ein Eisluftgetöse braucht Oder hat noch ein paar Spiele beigelegt Ist ganz cool So Mach mal Cam groß Ja 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 Das ist das LGB Kabel Ich hab mir nämlich Eine gute Konsole geholt Das Netzteil ist einfach riesig Manch einer würde so weit gehen Zu behaupten Dass es die beste Konsole ist Vielleicht hab ich auch Eine holländische Zeitung bestellt So und die Spiele sind gerade Auf die Tastatur gefallen Ich hoffe ihr habt nichts Versehentlich gedrückt oder so Eine PS2 Fast Es ist eine Eine Disk Konsole Das gute alte Philips CD-i Was für ein Gerät Mit der Besonderheit Dass die Batterie ausgetauscht wurde Von dem Seller und sowas Von der RGB Mod Und sowas Yeah Das hab ich für Spiele Zubekommen Lucky Luke The Video Game Ziemlich aufregend Klingt und Family Games 2 Das klingt auch sehr aufregend Ähm Ich will mir auch Homebrews Von den Zelda und Mario Spielen holen Weil die super toll sind Ich will ein Video Über CD-i Irgendwann mal unbedingt machen Und es ist nicht so groß Wie ich dachte Muss ich sagen Will ich gut Family Games Controller Leider ja Leider habe ich noch Keinen brauchbaren Controller Das heißt Das Gerät Was ich als Controller Hab ist Ähm Ich meine Es ist keine Fernbedienung Aber Ich würde es auch Kein Controller Nennen Ja Ja Das Teil muss ich Definitiv ersetzen Das Problem ist nur Es gibt richtige Controller Für CD-i Die sind so teuer Ich glaube das ist auch Eine kleinere Variante Davon oder Ja es gibt sehr viele Versionen Von CD-i Das ist auf jeden Fall Ich glaube das ist die neueste Oh ja Ich bin sehr froh Dass ich die noch gefunden habe Der Typ hat nämlich auch Nur noch So der einzige Seller Der Welt Der irgendwie Gemodete CD-Is anbietet Das Problem an denen ist Nämlich dass Ähm Ähm Dass die Interne Batterie Irgendwann Abläuft Logischerweise Und dann kann es Bei vielen Spielen so sein Dass die Konsole Nicht mehr richtig bootet Dass Spiele Nicht mehr speichern können Und lauter Verschiedene Dinge Aber es ist nicht ganz dokumentiert Bei welchem Modell Was passiert Und die gute Sache Daran ist Ist dass die Batterie In dem Chip Vergraben ist Und man muss das irgendwie Erst so komisch Freischweißen Und sowas Und das ist alles Absolut fürchterlich Außerdem Wisst ihr was auch Super cool am CD-i ist Wisst ihr wie man Spiele auf die Konsole Bringen kann Sie hat kein Kopier Sie hat keine Kopierschutzmaßnahmen Das heißt man nimmt Einen CD Einen CD-Rohling Man brennt das Spiel Drauf Und dann Ist es bereit Auf dem CD-i Gespielt zu werden Wie konnte Die Geräte Und Flop werden Ich habe auch Absolut keine Ahnung Aber ja Äh Wilde Konsole Wilde Wilde Konsole Wenn ich einen halbwegs Okayen Controller hätte Würde ich sagen Wir könnten mal In ein paar Spiele reinschauen Oder so demnächst Aber Ich muss mir das Controller zulegen Aber ja Das wird ein Abenteuer Ich glaube ich werde mir Noch schnell was zum Trinken Holen Und dann Dann machen wir weiter Wusstet ihr dass es Sehr viele Erotik Spiele Für das CD-i gibt Hast du ein CD-Laufwerk Ich habe noch eins In meinem PC So Dann Würde ich sagen Wir machen weiter Ich dachte sie war Eine Education Konsole Also nein Das ist mehr neu Ja Ich meine War sie ursprünglich Wahrscheinlich mal Aber Das ist ja nicht ganz hingehauen Eigentlich wie meine Leistung In diesem Level Ich weiß auch gar nicht mehr Wo ich gerade in dem Level Stehen geblieben war Bevor ich posiert habe Ich habe so ein nettes DK-Fass für mich Hoffentlich gibt es Ein Love-Hina-Port Ich habe keine Ahnung Was das ist Aber ich hoffe Dass es keinen gibt Es gibt The Joy of Sex Was für sehr lange Zeit Auch eine Twitch-Kategorie hatte Aus irgendwelchen Gründen Ich glaube Das haben sie inzwischen Rausgenommen So Weit zu gut Review zu Plumberstone Wer teist Oh nein Ohohohohoho Nein Pass auf Pass auf Wenn Express so abhaut Hat man noch so viel Momentum Aus irgendwelchen Gründen Dass man einfach Richtung Abgrund noch rennt Es ist grauenhaft Warum passiert das Das ist mir vorhin auch schon mal passiert Und ich dachte mir Oh Wie konnte das passieren Aber Scheinbar ist es Das wie es funktionieren soll Ich habe übrigens Große Angst vor diesem Level Bremsen Nein Ich weiß nicht Ich will Express so wieder haben Kann ich hier Ich kann hier nicht mehr hoch Nettes Sony Video Du meinst wohl Sony Ericsson Und äh Danke Fuck Ich glaube Wenn ich einen Weg finde Zu speichern Hatte ich erstmal genug Donkey Kong Country Für heute Denn Ich habe das Gefühl Meine Konzentration Lässt langsam nach Die Musik gibt Schneelevel Ist richtiger Schläfer By the way Oh ja Das macht die ganze Sache Noch ein bisschen nerviger Der Brems verliert Genau wie bei 200 CCM In Mario Kart Ich habe noch nie Mario Kart Mit 200 CCM gespielt Vielleicht werde ich das Irgendwann mal machen Aber wahrscheinlich nicht Ehrlich gesagt Sah nie aus Als ob es mir Spaß machen würde Das trifft aber auch Die meisten Dinge In Mario Kart 8 So muss man fairerweise sagen So 350 ist wieder mein Ziel Komm schon Oh mein fucking Gott Mach doch die 350 voll Oh 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 mein Gott Ich hätte fast Drei Level Ups verpasst Äh Drei One Ups Beziehungsweise vier Hey Wir sind fast wieder Bei der 22 Warum habe ich jetzt Kein Warum habe ich jetzt Kein Äh Expresso Ich klinge ja schon Wie Fully Scheinbar hat dieses Äh Diese Ecke der Plattform Nicht äh Gezählt Als du kannst Darauf landen Okay Verstanden Warum auch immer Danke Das fand ich sehr cool Okay Lass mich jetzt das Ganze Mit Expresso machen Da würde das Ganze auch Hinhauen Pass mal auf Jetzt pass auf Oh Wir sind noch im Spiel Checkpoint Oh Das ist das Leben Was Was Das Problem ist Wenn man ein Expresso Verliert Dann wollen die Affen auch einfach Noch weiter Die lassen sich Das dann nicht Ausreden Die wollen einfach Noch weiter Zur Seite laufen Doch Man kann auf das Metallfass übrigens Drauf springen Dann darauf Das level düsen Was ganz cool ist Nicht dass ich es hinbekommen habe Aber Es wäre cool Warte ich habe das Decay fast verloren Und Was Warum hat es nicht gezählt Oh mein Gott Was Wie Wie soll ich da durch Unde getroffen zu werden Spiel Was soll das denn Also ernsthaft Wie soll das denn funktionieren Wie soll das denn funktionieren Ich habe es gesehen Einfach Weggeschleudert Oh mein Gott Exit Exit Ok Ok Kroktopus Safari Oh das ist das Unterwasser Level Unterwasser Level sind nie so wild Oh Eine Genugtuung Eine Genugtuung Nach dem ganzen Stress Wer kommt sich jetzt ganz besonders clever vor Weiß nicht wie ich das Spiel damals als Kind durchspielen konnte Ich mein Du musst Zeit investieren Das ist eins dieser Spiele Das man für Monate gespielt hat Das Level ist trotzdem eine Genugtuung Glaubt mir Ich sollte nicht mehr in diese Kleinen Wege mich rein Lotsen lassen Da kommt nie was Gutes bei raus K Steht für krank Wie krank gut diese Musik in dem Spiel ist Machst du es mit Absicht Ich meine ich bin nicht versehentlich da reingeschwommen Wenn das deine Frage beantwortet Oh Gott nicht da hoch Ok Hat Don't Come Country 2 eigentlich auch solche Shitstellen wie diese Vor allem das erste Schnee Level Ich hoffe doch die Antwort ist nein Ja Oh Das ist das Leben Die die schwimmen Was soll diese Fässer hier eigentlich außer Zeit verschwenden Ganz vorsichtig Ach komm schon Egal Das ist kurz vorm Fass Ganz kurz vorm Fass Hm K K K Hatten wir glaube ich Oder K K K Hatten wir glaube ich bisher auch noch gar nicht Die KC 2 hat auch das Dornen Level Ja aber das ist ja komplett Ah fuck Das ist ja ein optionales Äh Ich glaube dafür muss man alles geholt haben Und sowas Ich meine es ist ja klar Dass das ein schweres Level ist Das Eis Level dagegen Ist einfach in der Mitte des Spiels Seht übrigens wie viel angenehmer Dieses Unterwasser Level direkt ist Immer schön vor ihm wegschwimmen Es kann nichts passieren hoffe ich Denke ich K Da ist K Und wir haben es geschafft Es gibt auch reguläre Dornen Level Oh oh Das klingt nicht gut Okay Der da vorne ist Candy Das heißt Cranky Du schon wieder Ich hab auch noch anderes zu tun Im Dschungelfieber sollst du die Palmenspitz nach Bonusleben absuchen Fässer mit den Buchstaben DK sollst du öffnen Vielleicht ist ja dein Kumpel drin Ach was wirklich Wo ist eigentlich die hübsche junge Frau in diesem Spiel Meinst du Candy Kong Glühbirnen Drama Oh nein Oh nein Öl Oh mein Gott Weil das ist das Level an dem ich nie weiter kam Das könnte das Level gewesen sein an dem damals mein Playthrough zu Ende ging Oh man kann hier an der Seite landen Okay Ihr solltet Donkey Kong spielen Okay man kann wenn man auf der Plattform ist ja nicht abklatschen Aber hier Das ging gut So wenn wir jetzt gleich so Plattformen kommen die hoch und runter fahren Dann war es das Level Was sind das überhaupt für rotierende Stacheln Warum hieß es dass man die nur mit Fässern killen kann Oh mein Gott das war es glaube ich Ah wie komme ich da rüber am besten Stachelteile in mich an Donfern Ein bisschen Ich liebe es dass das Licht einem bei jeder Drehung blendet Tut es das Oh yeah Das ist ein cooles Detail ehrlich gesagt Oh Gott warum hast du es gesagt Jetzt fällt es mir auch auf Davor war es mir nicht bewusst Ah fuck Nein ist nicht das Level an dem mein Playthrough gescheitert ist damals Neuigkeiten Das lief okay Okay was ist mit diesen Difficulty Spikes in dem Spiel Ich meine das Das und das Wasser Level die waren einfach komplett free Selbst gestrickte Brücken Wir können jetzt aber noch nicht einfach so weitermachen Äh aufhören Ich will wenigstens noch eher den Boss sehen Vielleicht die nächste Welt Au Nein Amadillomon Musst nicht der DNA Digitation zu einer komischen Statue machen Die niemand außerhalb von Japan jemals erkennen wird Das war die absolut größte Enttäuschung Als dann Külomon und Angomon dann zu Angemon Mach ich natürlich Äh dann zu dieser komischen fucking Lepumentas Statue wurden Ich meine sie war auch nicht stark oder so Verglich mit Peltramon war das schon sehr erbärmlich Warum ist das Spiel auf einmal so viel einfacher geworden Was ist dieser Schwierigkeitsgrad in dem Spiel Ich glaube du warst einfach scheiße in den ersten beiden Leveln Sorry Nein die waren die waren definitiv ein gutes Stück schwerer als das hier gerade Dafür will ich nicht sagen dass ich nicht scheiße war Ich will nur sagen dass auch wenn ich besser wäre es trotzdem sehr viel schwere Level sind Vielleicht falsch angeordnet auf der Overworld Sollte vielleicht in späteren Leveln vorkommen Späteren Welten Pfff Okay Nein Egal 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 Oh Gott Ich bin noch im Spiel Das ist das einzige was für mich zählt Alles andere ist für mich nicht von Bedeutung Ich finde es komisch dass alle Buchstaben irgendwie gespeichert werden wenn man sie aufgesammelt hat außer das K Das Spiel merkt wie oft du Leben verlierst und passt sich irgendwann an Das wäre das Leben Einfach für die nächsten zwei Welten Easy Mode Weil ich so viele Leben verloren habe Ich muss sagen dass mit dem Reifen und der Biene ist ein bisschen verzwickt Zugegeben So ein ganz kleines bisschen aber auch nicht zu sehr Redet nicht raus dass du stark habt Nein Gegen das K Nein das stimmt nicht Oh Gott Ich stand doch schon da wo ich hin wollte Gott Ich stand doch genau da wo ich hin springen wollte Dann dachte ich mir Oh ja wie wäre es wenn ich jetzt noch in den Tod springen würde Und dann bin ich in den Tod gesprungen Das war so dumm Ist das der erste Teil Ja Das originale Donkey Kong Land Ich mein Country Spring noch drauf ein Okay Egal ich habe alle Ekon Buchstaben aufgesammelt Kann ich doch nicht wissen dass der spontan sich dazu entschließt gegen die fucking Decke zu springen Dummer Gorilla Was für einen Controller spiele ich Ich spiele mit dem SNS Controller Was nervig ist weil die Knöpfe vom SNS Controller nie so viel Widerstand haben beim drücken wie ich mir wünschen würde Oh Hat da jemand starke Leistungen erwartet Oder nachgefragt Denn da waren sie schon Das war es nämlich nicht mit Nein nicht wirklich Da waren sie trotzdem Was warum Nach dem Frosch kommt der Strauß Wenn ich pech habe ist das der dritte Strauß Okay ist der zweite Ich mein Expresso Wo bin ich jetzt Sag mal Warum spawnt man da wo man direkt von dem Gürteltier überrollt wird Was 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 soll das denn Was spawnen die mich da wo ich instant Schaden nehme Ernsthaft Ich hab das Gefühl das ist nicht so fair Das war dumm Ist trotzdem kein so schlimmes Level Okay Das ist jetzt nur alles an mir Ich muss aufhören Bist du bei den Elben Mit den Bäumen Yeah Reise hat damit angefangen Dass Donkey Kong gesagt hat Diddy Ich will Elben sehen Und ja hier sind wir So aussieht Wie sich herausstellen Sind die Elben Krokodile Er ist abgerutscht Langsam mache ich mir doch Sorgen um mein Leben Muss ich gestehen Langsam aber sicher Okay Kann ich einfach drauf stiefeln Yeah Hab ich so Warum springt der auf einmal so viel langsamer Okay Dieses Level macht mich langsam ein bisschen sauer Außer von Kappa Sieben Monate Resub Wie viel lieben Dank God Dieses fucking Level Langsam aber sicher Treibt es mich zur Weißglut Was soll Weißglut eigentlich bedeuten? Ich meine ich denke das Level ist einfach Ich bin nur super scheiße Das ist das Problem daran Nicht dass das Level zu schwer ist Weiße Glut Verstehe Die heißeste Glut im Feuer Denke ich Die heißeste Glut im Feuer Weiß Oh mein Gott Ich glaube dieses Level ist super trash Ehrlich gesagt Heißglut ist rot Weiß wird sie am Schluss Du meinst Asche Weiß wird es ein Begriff aus der Metallverarbeitung Früher brachte ein Schmied Metall über auf dem Feuer zum Glühen Auf Rotglut und Gelbglut folgt die Weißglut Letztere tritt ein Das Werkstück hat eine Temperatur von etwa 1300 Grad Celsius erreicht Das ist ziemlich warm Von der würde ich nur ungern erwischt werden Okay wir leben noch Es wäre nur echt wichtig gewesen Dass ich hier nicht Diddy verliere Aber was auch immer Warum bin ich manchmal zu langsam Muss ich jetzt Ich muss Rennen gedrückt lassen Beim Springen oder Wenn man nicht Rennen gedrückt lässt Dann springt man zu langsam Warum ist das überhaupt eine Sache Gott Okay ganz ruhig Sonst wäre ich noch zur Weißglut getrieben Sonst werde ich gleich 1300 Grad heiß Okay Im Moment ist es Diddy dieses Mal Und der alte Deadster Der ist ein bisschen agiler als Donkey Kong Man hat so wenig Zeit Man hat so wenig Zeit Sich darauf einzustellen Ich sage es euch Wenn ich bis dahin Donkey Kong mitnehmen kann Dann werde ich das Level schaffen Das Problem ist nur Dass ich dann an den zwei Wespen vorbeikommen muss Ohne getroffen zu werden Und ich weiß nicht Wie gut mir das gelingen wird Ich dachte es wird ein einfaches Level Ich dachte es wird einfacher Ich lag falsch Wenn ich im Overgate höre ich auf Ich werde nicht noch extra Leben holen Ich habe eh direkt davor gespeichert Okay Wenn ich jetzt keinen dummen Fehler mache Sollten wir es schaffen können Ich meine ich kann noch runterspringen oder so Aber mal schauen Yes Saubere Sprünge Really Naughties Raserei Ich mache kurz ein paar Funky Flüge Ins erste Level Um ein, zwei Leben zu holen Bevor wir weitermachen Dann speichere ich Und dann können wir den Boss machen Ich habe das Gefühl Ich will nicht unter 10 Leben weiter Ich denke das ist nicht nur so ein Gefühl von mir Ich denke das ist ein Fakt Und da ist der dritte Expresso Das war eine Top 5 Ice Welt Nah Level Farming Ich farm keine Level Ich farm Leben In einem Level Großer Unterschied Aber ja nein Ich glaube das war keine Top 5 Ice Welt Was wenn ich noch so ein Video machen würde Mit Top 5 Ice Leveln Gäbe es überhaupt irgendwas Was mir Neues dazu einfallen würde Ich meine ich habe die Eiswüste von Fendrana schon erwähnt An dem Punkt kannst du nicht nur noch bergab gehen Muss man leider sagen Ich glaube wenn ich mich gut anstellen würde Könnte ich hier auf 400 kommen Wir reden von guten Eiswelten Ja ich auch Die Eisgegend aus Elden Ring Ja ich glaube nicht Elden Ring Ice Welt wäre Stopp für Top 5 Schlechteste Momente in Videospielen Ich kann dir verraten Ich hatte in diesem Spiel auch Eine Eiswelt Die für mich ein Top 5 Schlechtester Moment in Videospielen wäre Oh fuck Wart sind die Ballons respawnt Moment Aber ich kann ja gar nicht mehr rein Wahrscheinlich also nicht Ich glaube dieses erste Level aus der Eiswelt Grauenhaft Mario Bros. 3 Eiswelt Sollte ich das jemals noch nicht weit Wir sollten auch mal Mario Bros. 3 durchspielen Weil ich habe das auch nicht mitgenommen Warum habe ich das auch nicht mitgenommen Ich habe mir Mario Bros. 3 nämlich mal für Fürs Famicom geholt Dann habe ich es nie wirklich gespielt Ich sage es mir Irgendwann werde ich es mal im Stream spielen Sollte auch nicht zu lange gehen Wie wichtig sollte ich es mal im Stream durchspielen Sebastian fühle mich heute schwach Deswegen mache ich es nochmal Sollst allgemein mal Spiele spielen Das ist nicht unwahr Das ist nicht unwahr Stream morgen ist übrigens geplant Dass ich den gegen Abend anfange Um das nochmal anzumerken Und Ich denke ich werde ein Demon's Souls Run anfangen Ich meine das ist ein Videospiel Wenn mich nicht alles täuscht Ich habe auf Wikipedia nachgeschlagen Und die meinten das ist ein Videospiel PS5 Remake Ich habe keine PS5 Nein Der ist original auf der PS3 Ich meine es nicht so Als ob es einen Unterschied macht Weil es ist eher das gleiche Spiel So ich werde mit ordentlich Vielen Leben ins nächste Äh Die nächste Welt gehen Auch wenn Rasix das nicht gerne sieht Die schlechte Version also Ich will Ich habe keine PS5 Leise hier von Folia Benutzt sie eh nicht Aber ich will es morgen spielen Musst du übrigens PS5 Version spielen Also Ich meine Vielleicht Ich weiß nicht Es hat ja immer noch nur Demon's Souls Ich glaube nicht Dass man es unbedingt Gespielt haben muss Ehrlich gesagt 37% Warte wir haben noch nicht mal die Hälfte Einfach ein LPT mit Fully Ein LPT Ein Let's Play Together Der ist wirklich sehr naughty Ein LLPT Ein Live Let's Play Together Die Krimskrams GmbH Ölfass Boulevard Weil wir sind schon hier Wie viele Welten kommen hier nach noch? Ist das die letzte Welt? Eine Welt kommt danach noch Ist das noch eine richtige Welt? Wo ist das? Die letzte richtige Welt? Yeah Okay Ich würde sagen Wir werden sehen Wie ich mich anstelle Uh Das sieht ziemlich schick aus Machen es davon abhängig Wie ich mich anstelle Ich denke das ist fair Ich hasse es wenn das passiert Ich möchte übrigens direkt anmerken Wenn ich morgen Abend Demon's Souls streamen werde Ihr könnt Ihr könnt dann Raten Wie oft werden Leute sagen Ich meine ich werde es nicht mitziehen oder so Aber Ich werde wie viele Leute dann sagen werden Oh Ist schon wieder Selbsthasssonntag Ah ja das Lied ist ein absoluter Das ist sehr schmissig Wer lässt eigentlich Orang-Utans in diese Fabrik Ich dachte hier kommt was aus dem Boden raus Alle werden fragen warum du keine PS5 hast Oh du hast recht Außerdem sauber Charlie Frischer Sub Wie viel lieben Dank Aber dazu muss man fairerweise sagen Oh nein Ich wollte gerade sagen Dazu muss man fairerweise sagen Das ist eine sehr blöde Frage Wer sie stellt Der muss Der ist selbst schuld Wenn ich die PS3 Version spiele Und man dann fragt Oh warum spielst du nicht die PS5 Version Ah dann ist sie mir aufgefallen Oh nein Die Frage wird wirklich oft kommen Aber wenn sie sich von selbst beantwortet Herzliche Antwort ist natürlich Ich liebe es wie unglaublich Clunky Demon's Souls ist Das will ich mir eigentlich auch nicht nehmen lassen Oh Gut Ich dachte ich kann noch drunter durchrennen Philips CDI aber keine PS5 Gibt es ein Problem damit Ich sag es mal so Das CDI hat mehr interessante Exklusives Als die PS5 Ihr werdet die Wahrheit vielleicht nicht mögen Aber es erinnert nichts daran Dass es die Wahrheit ist Nicht sterben Oh fuck Okay ich muss zu ihm hoch und ihm killen Ansonsten geht das nicht gut Ist vorsichtig Vielleicht werde ich mir gleich einen Snack holen Und dabei rede ich natürlich von niemand geringerem Als dem Kinder Schoko Fresh Ich kenne noch die alte Kinder Schoko Fresh Werbung Als es neu war Ich weiß nicht mehr was das Motto war Aber da war ein Kind Das hat das Kühlregal dann umgeworfen Ich hätte ihn da oben killen müssen So sehe ich es nicht gut Shit Er hat das Kühlregal irgendwie umgeworfen Oh oh das war es Und damit hat er es dann bewiesen Wie sehr er sein Kinder Dingens Schoko Fresh haben will Was damals natürlich noch Nashörner waren Ich denke Kinder Schoko Fresh war viel spaßiger Als man das Gefühl hatte Man ist Nashorn Aber es liegt vielleicht nur an mir Es sieht wohl unglaublich nervig Welches Lied Man leistet in diesem Level Es ist übrigens sehr bescheiden Es ist nicht mal eine schwere Stelle Es ist einfach nur Wirklich schlecht gespielt Ich meine die eine Stelle ist ein bisschen Verzwickt Ich weiß nicht ob ich sagen würde Dass sie schwer ist Heiratet den Nashörner doch Würde ich Aber es gibt nicht mehr so viele davon Steht jemand der Naturschutz? Ich stand noch nicht ganz drunter Könnte ich nicht irgendwo Einen Diddy Kong haben oder so? Ich denke er hat einen Fass gehört Oder war das von ihm das? Du musst hoch und ihn killen Ich weiß Ich weiß Ich weiß Dass ich das muss Das versuche ich auch Nein Shit nein Ich wollte ganz sagen Willkommen Malfa Du warst vorhin schon kurz da Malfa Hast du Duncan Country mal durchgespielt? Oder bist du ein schlechter Gamer? Ich kann beides akzeptieren Ich mache dir keine Vorwürfe Fürs schlechter Gamer da sein Malfa Duncan Country entwickelt Da möchte ich kurz die Frage stellen Was sollte das? Warum hast du kein gutes Spiel entwickelt? Es kennt ja Als Erwachsener nicht Okay Charmant Oh mein Gott Da ist eins Ich wünsche ich könnte das Fast besser sehen Haben wir den Gamer Moment Gerade gesehen Als die Instinkte Einfach die Überhand Gewonnen haben Die Oberhand Was sagt man Oberhand Glaube ich Okay Okay Exit! So weit, so gut. Trick, Trak und Dreck. Oh Gott, ist das das mit dem Öl? Nein, ich glaube nicht. Ich habe trotzdem ein bisschen Angst vor dem Level. Aber ich sage es euch, ich bin wirklich froh, dass mir an sich die Secrets im Spiel ziemlich egal sind. Oh, das Lied. Au. Die Plattform bleibt stehen, wenn man nicht drauf ist, oder? Nein, auch nicht wirklich. Warum ist die Plattform stehen? Ach Gott. Okay, es ist, ich vermute, wenn man getroffen wird, bleibt sie stehen. Was ein bisschen uncool ist, aber was auch immer. Der ist so schnell! Ich wünsche, ich hätte das fast mitgenommen. Ah! Oh Gott. Checkpoint, bitte. Checkpoint. Checkpoint. Yes! Nein! Nein! Weil ich Didi war, konnte ich doch. Ich kann doch nicht wechseln zwischen den beiden. Ich habe einen Weg gefunden. Ich habe einen Weg gefunden, zwischen den beiden zu wechseln. Au. Die Geier aus Donkey Country müssten Necky heißen. Kleptover Mario 64. Das war nicht gut. Ich war zu fokussiert, Rennen gedrückt zu lassen. Dann bin ich auf Springen gekommen. Das war ziemlich schlecht. Muss ich gestehen. Okay. Ich bin am Fettsack vorbeigesprungen. Böser Necky. Okay, was auch immer. Wir sind gerade mal beim N. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ganz vorsichtig. An sich muss ich aber sagen, ich mag das Level. Ich weiß nicht, ob am Ende noch irgendeine Shitstelle kommt, aber generell würde ich sagen, bisher ist es relativ spaßig. So viel der hätte mich erwischen sollen. Da hätte ich ganz links stehen müssen. Genauso wie ich hier ganz rechts stehen will. Und vor allem ist man nicht mehr sicher, wenn man ganz rechts steht. Okay. Ich denke, das ist ziemlich fair. Dass man manchmal sicher ist, wenn man ganz am Rand steht. manchmal aber auch nicht. Finde heraus, wann du sicher bist und wann nicht. Ich bin auf jeden Fall bei dem zweiten Schwabbel, wenn er runterkommt, sicher, wenn ich ganz links stehe. Ich wünsche übrigens, ich könnte zwischen den beiden wechseln. Das wäre ziemlich cool. Haben wir hier eine Necki? Hast du mal durchgespielt? Nein. Deswegen sind wir hier. Um dieses Versäumnis im Idealfall zu ändern. Dann an dem ganz rechten Rand. Schau mal die Schnauze, Donkey Kong. Oh nein. Oh nein. Oh, okay. War okay. War okay. War okay. Sie lieben aber auch diese Orang-Utans als Gegner in dem Spiel ab jetzt. So weit, so gut. Okay. Okay, pass auf. Pass auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Fahrstuhl spiele, dass Level war, wo ich nicht mehr weiterkam auf dem Game Boy Color. Zwar war ich ab irgendeinen Punkt, wo ich... Ist das das, wo so Plattformen hoch und runter fahren? Wenn es das ist, dann werde ich es euch dann erzählen. Hast du überhaupt noch vor, Legends Arceus zu spielen? Keine Ahnung. Ich meine, so oder so nicht im Stream oder so. Warum? Ja, das kommt mir alles sehr vertraut vor gerade. Ob die Orang-Utans die früheren Lanky-Kongs waren? Vielleicht, äh... Ja, vielleicht war er einer. Und dann wurde er zu Lanky-Kong. Au! Au! Fies! ich muss ein bisschen auf die schlangen hier aufpassen ich habe es nicht die Taste mit der man abklatschen kann man kann nicht immer zwischen den beiden wechseln wenn man zum Beispiel auf einer auf einer Plattform ist die sich bewegt dann geht es nicht das war in dem Level mit der bewegenden Plattform das Problem daran da wollte ich doch gar nicht ich bin hier die Decke gesprungen an oh Gott ich verliere schon wieder so viel Leben vor allem beim Einkauf einpacken wo ich von der Vespa bedrängt du musst ja zeigen wer die Autoritätsfigur ist mach ne Wespenkerze an damit meine ich Bienenwachs ouch aus dem Finta Oso 46 Morte resub wie wir leben dank ganz vorsichtig bleiben denn hier sind eine Menge gefährliche Schlangen von denen man nicht erwischt werden will ok wo bin ich vorhin gestorben aber es war hier glaube ich Moment hier habe ich noch die drei Bananen eingesammelt aber ich habe die Biene da oben nicht gesehen beziehungsweise Wespe sind bestimmt Wespen ich glaube nicht dass sie von dass sie sie von Rare einfach Bienen schlecht dastehen lassen würden das klingt nicht nach einer Sache die sie machen würden au nein Hornissen sind die schlimmsten die Hornissen würde ich nicht missen ne ich habe keine Ahnung ich habe nicht wirklich Erfahrungen mit Hornissen gemacht aber sind bestimmt Arschlöcher ich bin übrigens erstaunt wie weit der Checkpoint hier einfach weg ist und ich bin nicht begeistert davon und hier kam jetzt keine Schlangen aus irgendwelchen Gründen da wäre bestimmt ein Bonus-Level wenn man da gerade eben runtergehen würde aber äh ach ja ich bin eine Schlange gestorben vorhin die können fliegen oh mein Gott das war das Level pass auf man muss ab irgendeinem Punkt hier dann einen Sprung machen wo man zuerst rollt und dann springt und da war die Sache das wo man hinspringen muss das war wegen der ähm fuck das auf der geringen Auflösung vom Game Boy Color nicht zu erkennen ich wusste auch nicht von dem Move dass man noch springen kann nachdem man über die Kante ein bisschen gerollt ist das heißt hier ist dann mein Run irgendwann äh zu Ende gegangen ich weiß nicht genau wo aber irgendwo ist er hier zu Ende gegangen ich wünsche ich hätte noch ein Decay-Fass ich wünsche diese Stelle hier wäre nicht da nein da wäre ein Fass gewesen nein ach komm schon vielleicht gehe ich cap over da muss ich die ganzen Level wieder machen wir lassen ihn einfach ein bisschen vorlaufen schenke ihm keine Beachtung denn das ist nur das was er will wenn man ihm für sein schlechtes Verhalten auch noch Beachtung schenkt dann wird er das nie bessern und da ist der alte Donkey Kong ehrlich gesagt würde ich lieber Diddy bleiben weil ich habe das Gefühl dass ich getroffen werde oh das lief okay okay ja ich oh ja bei der wenn die runterfährt da muss man irgendwie nach rechts rollen und dann springen die Plattform auf der rechten Seite die konnte ich aufgrund der geringen Auflösung auf dem Game Boy Color nicht sehen das heißt ich habe nie heraus mir war nie ganz bewusst wie ich darüber äh wenn ich darüber springen soll und sowas es war super shit das heißt ich musste irgendwie einfach raten wann ich ja ungefähr darauf landen kann weil es jetzt nicht zu übel aussieht aber es war zu viel für mich damals ich weiß lag an der Auflösung ich konnte wirklich nichts sehen das habe ich nicht nur erfunden und da ist kennt die Speicher jetzt werden die Affen abgespeichert reierweier reierweier oh ein Wasserlevel yes der reierweier habt ihr mal in den weier gereiert oder in den reier geweiert ich mache aber keine Vorwürfe mir könnt ihr davon erzählen Candy kann mir auch was absprechen wenn ihr wisst was ich meine erläutere ich meine Candy kann nur abspeichern was sollte sie bei dir speziell abspeichern nein okay keine Erläuterung für mich wie es aussieht dann werde ich es wohl nie verstehen 99 Bananen jemand sollte ein Märchen darüber schreiben ganz vorsichtig okay der Affe und die 99 Bananen da war es nur noch eine es gibt so viele Wege oh mein Gott da wäre das fast gewesen es gibt so viele Wege in diesem Level ich habe keine Ahnung wo irgendeiner hinführt aus dem Lord Speed frischer Sub vielen lieben Dank wahrscheinlich führen sie zu Buchstaben die ich eh nicht mitnehmen will sowas wie O N oder G Ong mit Ong habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht das war kein guter Weg das Game Over sieht wahrscheinlicher aus fällt doch gerade auf das Wasser sieht auch aus als ob hier jemand reingereiert hätte glaubt ihr daher kommt der Name ich nehme mich schon ich bin schon wieder fast in den fucking Piranha da unten rein der ist auch so schwer zu sehen wir lassen uns diesmal nicht von ihm erwischen dann sollte mein Leben doch schon sehr viel angenehmer ausfallen das sieht aus wie der Path of Pain aus Hollow Knight und das ist kein gutes Zeichen wenn Dinge wie der Path of Pain aus Hollow Knight aussehen denn dieser Pfad war sehr schmerzhaft weil hier ist gerade mal das O wie groß ist dieses Level Dong Kong hat sich schon von Super Meatball inspirieren lassen oh das auf jeden Fall Dong Kong Country ist generell eines der ersten großen Meat Likes nach Super Meat Boy ich weiß nicht warum sie nie Super Meat Boy 2 gemacht haben das ist nur ein komisches Flash Game und dann diese eine wo man das ist nur ein schwarz-weißes ich hab vergessen wie es heißt aber nie ein Super Meat Boy Sequel aus irgendwelchen Gründen oh ja die Ente ist nein nicht nein nein Meat Boy ja aber Super Meat Boy Forever ist doch nur so ein das war so ein Mobile-Spiel zuerst das ist ja kein richtiges Gott ich hab keine Ahnung was diese ganzen Wege sind nur noch ein Leben ich mein es egal wenn ich hier im Ober gehe weil ähm wir hatten eh den Speicherpunkt davor aber das sieht nicht so gut aus oh extra Leben yes zwei Leben ich bin wirklich nicht traurig darüber ich bin wirklich nicht traurig darüber dass ähm das Leben in 2D-Plattformen abgeschafft wurden aus dem von Seras 19 Monate resub äh wie viel lieben Dank mir fehlen äh mir fehlt es nicht will ich auf jeden Fall sagen ich muss mich nur konzentrieren damit ich nicht in alles reinschwimme was fucking fürchterlich ist okay Diddy wir haben Diddy kommen die Räder rotieren aber wo rotieren sie hin nett ganz vorsichtig wir müssen nur den Trial and Error Elementen ausweichen dann kann quasi nichts mehr passieren quasi ich hasse es dass es sehr schwierig jetzt gerade dem Level daraus besteht dass man äh stirbt wenn man Dinge reinrast wo man nicht wirklich Zeit hat um auszuweichen ich bin kein Fan davon wirklich kein Fan davon okay nur Leben wusste ich doch dass die Kamera nach oben ein bisschen nachgegeben hat immer schön ausweichen hier kommt hier kommt eine geschmeidige Kreisbewegung ganz vorsichtig okay ich versuche gut zu spielen es ist nur es ist nicht so schwer wenn man es ist nicht so leicht wenn man so unbegabte Hände hat oh mein Gott da ist wahrscheinlich das G da oben das G ist mir egal verstehe dir wie viele sind das noch oh mein Gott das G ist hier oh nein hier oben ist nicht mal was ich dachte dass vielleicht da ein Gart da oben ist oder so okay hier kommt keiner mehr es ist so schlecht es ist so schlecht es sind einfach an jeder Ecke 5 Millionen Fische gespammt denen man kaum ausweichen kann das Level fühlt sich halt wirklich an als wäre es aus irgendeinem fucking Romhack oder sowas jemand gerade herausgefunden er hat zwar noch nicht herausgefunden wie man Level ändert also wie man Tile Stats ändert aber er hat herausgefunden wie man mehr Gegner platzieren kann und das ist was man dafür bekommt einfach nur zugemüllt mit irgendwelchen Gegnern das ist Dark Souls 2, der Donkey Kong-Level. Yeah. Auch wenn ich persönlich nie ganz nachvollziehen konnte, wo genau das Problem der Leute liegt, wo Dark Souls 2 scheinbar so viele Gegner spammt. Aber wird schon... Ich meine, Schreien von Amanda wahrscheinlich. Da sind auf jeden Fall ne Menge Gegner platziert. Gehen wir runter. Iron Keep? In Iron Keep sind nicht viele Gegner gespammt. Gott. Du kannst dir relativ problemlos alle eins gegen eins bekämpfen. Die drei Sentinels? Das ist ein Bosskampf. Iron Keep sind viele Gegner gespammt an jeder Ecke minus zwei Nights. Ich finde es nie so tragisch. Ich wünschte... Ich wünschte, man hätte halt das Movement, um dem Zeug auszuweichen. Aber man hat es einfach nicht. Man ist einfach viel zu langsam. Man muss einfach nur Glück haben, dass die Fische gerade irgendwie in eine dumme Richtung schwimmen. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt hier runter und schaue, ob hier irgendwo ein Guard ist. Das erleichtert die Sache auf jeden Fall ein bisschen. Das erleichtert die Sache ein bisschen. Ich nehme trotzdem das Fass mit. Ich meine, damit sollte ich... Wenn ich ihn behalten kann mit den Piranhas, kommen wir da auf jeden Fall dann durch. Ich glaube, ich kann mit den Guard nicht durch... Ich glaube, ich kann mit den Guard nicht durch die... Ich glaube, ich kann mit ihm nicht durch das komische Ding ins Fass. Ihr wisst, was ich meine. Der Affe reitet den Fisch. Das ist meine Art von Entertainment. Das ist mir egal. Ich liebe es, wie ich stelle einfach darauf auszudrigt, dass man ein Guard ist und wenn man ihn nicht hat und wenn man ihn nicht hat, dann hat man einfach verloren. Okay. Lass mich erst mal speichern. Bevor ich hier irgendwas anderes mache. Das ist das, wo man von der Lore abspringt, glaube ich. Hören wir uns erst mal an, was Cranky zu sagen hat. Hätte ich nie gedacht, dass du so weit kommst. Ich auch nicht. Der Crafty Croctopus versteckt seine Schätze in der Korallenkarambolage. Crushers, der stärkste Kremlins... Du kannst ihn nur mit einem Fass erledigen. Das stimmt halt nicht. Eines Tages wird sich über den... Plantagen aufsteigen. Die große Banane. Ah ja. Ich werde mir jetzt meinen Kinder-Schoko-Fresh holen. Das habe ich mir verdient. Ich spiele das Spiel über den Super Nintendo Core des Mr. FPGA. Ein Typ, der zu zweit mal gefragt hat, auf welcher Konsole das Spiel gespielt wird. Ich glaube, du willst auf irgendwas Gewisses hinaus. Ich weiß auch nicht, auf was. Sieht so, als ob es einen Unterschied machen würde für irgendwas. Okay. Ich sag's euch, in der National war auch mehr drin. Der Loren Leichtsinn. Oh. Okay. Der hätte ich ein bisschen früher abspringen müssen. Okay. Wäre ganz nett, wenn es nicht... Wenn es nicht so Frame-Drops hätte, aber... Das gehört wohl mit dazu. Checkpoint! Die Lore bleibt also auch stehen, wenn man erwischt wird. Okay. OG, Schoko-Fresh oder Maxi-King. Fuck. Warum würde ich Schoko-Fresh sagen, wenn es Maxi-King ist? Okay, das ist fucking dumm. Gute Sache ist, dass ich Game Over gehen werde gleich. Weil ich keine Möglichkeit habe, Leben zu holen. Oh Gott. Kann ich ein Decay-Fass haben, bitte? Ich dachte, ich kann mich ducken. Ich dachte, ich kann mich ducken in der Lore. Ich lag falsch. Das ist okay. Immerhin bin ich ja schnell Game Over gegangen, als in dem fucking Reier-Level. Nimm zwei Soft-Erdbeere-Smasher-Pass. Nimm zwei Softs sind generell super scheiße. Ich wüsste nicht, warum man sich die Freiwillig holen würde. Ehrlich gesagt. Dazu muss man aber sagen, seit dem einen Video, was ich gemacht habe mit der neuen Süßigkeit, da waren ja diese komischen Peace-Teile von Katjes dabei. Seitdem habe ich mir zweimal Katjes-Gummibärchen geholt. Aber ich bin einfach nicht mehr die, die ich da hatte. Die haben sie einfach nicht. Ach Gott. Da waren die der gute Stoff. Ich habe nur irgendwelche komischen Katjes mit Einhörern. Mein Gott. Ich denke immer, fliegt immer mich drüber. Nimm zwei Softs sind die besten im 2-Version. Ja, aber was ist das für ein, was ist das für ein Wettbewerb an dem Punkt? Ich weiß nicht, ich habe mir nie freiwillig einen 2 gekauft. Immer weiter. Mein fucking Gott. Ha! Es wird Leben gefarmt. Das war ein gutes Level, weil ich es geschafft habe, ohne Game Over, ohne zweimal Game Over zu gehen. Vielleicht bin ich einmal Game Over gegangen, aber gehört dazu. Aber ja, nimm zwei, wenn wir von normal nimm zwei reden, nimm zwei Softs fand ich halt generell, so will ich das nicht, weil ich will nicht mal die Gefühle von irgendjemand verletzen an dem Punkt. An dem zwei Softs fand ich immer ziemlich schlecht. Wir werden von normal nimm zwei reden. Ich denke, die Orangen sind super ranzig. Gelb ist definitiv überlegen. Außer man bevorzugt ja die schlechte Sorte, dann kann ich verstehen, dass man sich denkt, oh, vielleicht ist Orange das Richtige für mich. Also, nimm zwei Shit-TBH. Gibt es überhaupt von dem zwei was anderes als nimm zwei Soft und die normalen nimm zwei? Oh, warte, sind Lachgummi auch von dem zwei? Dann sind nämlich Lachgummi schwer überlegen. Lachgummi sind schwer in Ordnung. Nimm zwei Lolli? Ich meine, ich denke, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie der schmeckt. Ich vermute ja wie in einem zwei am Stiel. Meinung zu M&Ms. M&Ms kommt immer drauf an, welche. Ich habe gesehen, dass es irgendwie so Brownie M&Ms gibt. Ich sollte die mal probieren. Ich würde aber sagen, M&Ms sind an sich relativ unterdurchschnittlich. Ich meine, mit Erdnüsse, okay, was auch immer. Aber, wenn man die Crunch M&Ms hat, die sind schwer in Ordnung. Und diesen komischen Crunch-Keks-Teil zwischendrin. Die habe ich mir öfter geholt. Alle anderen sind eher so eine Sache, die man von irgendwelchen Verwandten geschenkt bekommt, die nicht wirklich wissen, was man mag. Die Lollis sind anders und sehr gut. Ich weiß ja nicht. In zwei gibt es jetzt noch Joghurt oder so. Es gibt irgendwie, nimm zwei Gemüsesaft. Was? Es gibt nimm zwei Joghurt und Gemüsesaft. Die haben es ernst gemeint mit dem expandieren. Crunch ist grauenhaft. Nein! Was? Nein! Crunch sind die besten M&Ms. Nein! Was? Ich werde übrigens eine Menge Leben holen, denn Leben farmen geht relativ schnell und ich werde eine Menge brauchen. Ich freue mich jetzt auch noch den guten Expresso voll. Die Mümmelbande slash Gartenzwerge. Bei der Joghurt heißt Mümmelbande und der Gemüsesaft Gartenzwerge? Bester und MCD mit Gummibärchen. Ich erinnere mich nicht an die glorreichen Zeiten, als es Fruity Smarties gab. Das waren Zeiten. Ich meine, sie waren fucking widerlich, aber damals mochte ich sie. Jetzt glaube ich, dass ich sie mochte. Ich würde sie gerne nochmal probieren. Ich glaube, ich mochte sie nicht wirklich. Und coole sieben Leben für mich. Mümmelbande ist Karottensaft, Gartenzwerge, Gemüsesaft. Ja, aber Karottensaft ist Gemüsesaft. Oder nicht? Sehe ich was? Karotte zählt bestimmt als Kraut. Tatsächlich ist es eine Wurzel. Ich habe mir noch nie in meinem Leben Gemüsesaft gekauft. Ich glaube, das ist keine Sache, die meine Geschmacksknospen kitzeln kann. Außerdem schaut euch mal die Menge an Leben an. Tomatensaft. Ich glaube, für keine Sekunde, dass du dir jemals Tomatensaft kaufst, Rasex. Ketchup ohne Zucker. Karottensaft ist okay. Ja, ist bestimmt okay, aber... Ich weiß, Tomatensaft mit Salz und Pfeff. Es ist einfach nur eine Tomatensuppe, die du trinkst. Das klingt nämlich so, als wäre es einfach nur eine Tomatensuppe. Ich kauf Granatapfeljuice. Ach ja, du bist ja in deiner Fruchtsaftphase. Koma... Okay, Jungs. Schnell euch an. Es geht in den Koma-Keller. Wie heißt eure Dorf-Disco? Meine heißt Koma-Keller. Oh, fuck. Ich wünschte, wir hätten dieses Level nicht. Muss ich ehrlich gestehen. Im Engel heißt das Level Blackout Basement. Koma-Kerler gefällt mir besser. Au. Okay, so weit zu gut. Checkpoint. Okay, bis hier läuft es gut. Mit den Erbsen bin ich zufrieden. Hört sich nach einem neuen Club in Berlin an. Ich fand mein, äh, äh... Meine Vorstellung, dass es eine Dorf-Disco ist lustiger, ehrlich gesagt. Oh, Gott. Das Level macht mir Angst. Natürlich schaffe ich das nicht, ohne zu sterben. Natürlich muss ich von der fucking Plattform abrutschen. Ich sehe gerade, dass man das Zeug noch ein bisschen erkennen kann, auch wenn das Licht aus ist, aber wirklich schlecht. Ähnlich wie meine Leistung in dem Spiel. Einfach wirklich schlecht. Hör auf, ab zu rutschen! Okay, so weit, so gut. Das Verrate ist komplett außer Kontrolle am Lichtschalter. Der lässt sich einfach nicht bremsen. Oh mein Gott, ich lebe. Okay, bei der Plattform hätte ich nach rechts weiterspringen müssen. Ich wusste nicht, wo ich nach der Plattform hin muss. Zu meiner Verteidigung. Wenn sie direkt gesagt hätten, die Albums nach rechts weiterspringen, hätte ich gesagt, oh, okay, mach ich das. Ich muss sagen, dieses Level ist so viel angenehm als dieses fucking Wasser-Level. Alles ist so viel angenehm als dieses fucking Wasser-Level. Ich rechne auch damit, dass das so bleiben wird. Oder kommt noch ein Level, das in der Duncan Country Community als das Schlimmste gilt. Eine Menge Jungs waren da auf einmal da. Absolut miserabel! Ich habe das Gefühl, dass man den ganzen runterfallenden Plattformen am Ende wäre nicht nötig gewesen. Das wäre nicht nötig gewesen. Wenn ihr mich fragt. Ich hätte nicht im Dunkeln springen sollen. Ich muss sagen, der Komakeller hat gut angefangen und jetzt läuft es ziemlich schlecht. Aber okay, einfach ein bisschen langsamer vorangehen und dann kann auch nicht so viel passieren. Ich wäre sehr enttäuscht, wenn in dem Level namens Komakeller der Name nicht Programm wäre. Da würde ich mir die Frage stellen, was ist überhaupt der Sinn hinter irgendwas noch? Abgerutscht. Okay, ich habe das Gefühl, das Level könnte besser laufen. Okay. Jetzt vorsichtig. Okay. Wenigstens komme ich jedes Mal ziemlich sicher bis hierhin. Das war ein sehr gewagter Sprung Das war nicht gut Ich meine, ich wusste, dass so einer da ist Aber ich dachte mir Würden sie es wirklich machen Und sie haben es getan Ich habe das Gefühl, das wäre nicht nötig gewesen So einen fucking Orang-Utang da hinzustellen, ehrlich gesagt Das wäre nicht nötig gewesen Fuck Oh Gott Das läuft nicht gut Oh nein Ab jetzt wird alles wieder mies Nein Ab jetzt läuft alles wieder so schlecht Warum müssen auch Level kommen Dem einen, in dem man nicht ausweichen kann Wenn man unter Wasser ist Und in dem, wo man jetzt nicht Nichts sehen kann Warum Warum sind das Gimmicks Reihe war ja Flashbacks Na Ich glaube nicht Ich meine, da bin ich immer an der gleichen Stelle gestorben Warum wird hier mehr erwischt Ach Gott Vielleicht werde ich nach dem Orang-Utang rausgeworfen Vielleicht aber auch nicht Stark Starke Ausbeute Oh fuck Wahrscheinlich hätte ich das fast hierhin mitnehmen müssen Um Secret zu bekommen Aber Herr Dumpfbacke Lass mich erstmal speichern, bevor ich zu Herrn Dumpfbacke gehe Ich denke, das ist ein sehr verletzender Name, ehrlich gesagt Außer Marge, äh 50 Monate Resub Wie, wie, lieben Dank Unheil Spitz 37 Monate Spielemythen 2 Euro Wie, wie, lieben Dank Get Better Äh, 11 Monate Resub Bauerswerdenbach 6 Monate Kenovani 2 Monate Dosenfutter 15 Monate Und das war's Okay Wie, wie, lieben Dank So Herr Dumpfbacke Das war das Fass, oder? Ja 1 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 Ich verstehe es noch nicht ganz, aber Ich finde es bestimmt noch heraus Wahrscheinlich muss ich einfach nur alle Gegner killen, die rauskommen Ich meine, bisher kamen immer stärkere Gegner Armadillos? Diddy muss anfangen 1 2 3 4 9 10 Ich glaube, ich habe verkackt Warte, was ist jetzt? Oh, Diddy kann sich kein Indem mal in ihren Rücken rollt Okay Die haben wir den los Die haben wir den los Okay Jetzt werde ich es schaffen Gott, ich wünschte, ich hätte so einen Bananenberg in meinem Keller So Ich weiß, ich benutze die Gelegenheit, um auszutauschen Oder auch nicht Ich benutze die Gelegenheit nicht, um auszutauschen Ich habe es mir anders überlegt Das Fass wurde geöffnet Fassungslos Die Affenkleinhöhle Okay, wir starten direkt mit dem aufgetankten Ärger Das ist die Plattform mit dem Treibstoff Ich kann mir vorstellen, dass das Das miese Level ist Oh, wir sind der letzten Welt angekommen Klingt unerwartet schnell Ehrlich gesagt Ich liebe es, dass dieses Lied hier läuft Aus irgendwelchen Gründen Oh oh Ich vermute, ich sollte abspringen An dem Punkt Okay So weit, so gut Dann kommt jetzt der schwere Teil Vermute ich So weit, so gut So weit, so gut Würde ich sagen Okay Oh, das hat nur einen Punkt aufgeladen Shit Aber man fällt durch die Plattform Wenn man getroffen wird Das ist also der Witz An der ganzen Sache Soll man nicht durch die Plattform fallen Wenn man getroffen wird Weil das ein Fehler Also ich weiß wirklich nicht Ist das Soll das so sein Oder eher nicht Okay Das geht auch ohne das Fass War ganz gut für einen Anfänger Das werde ich diesmal nicht mitnehmen Ach Gott Lief ganz okay Ansonsten würde ich sagen Okay Es hat trotzdem noch gereicht Wir brauchen den Reifen hier nicht Das Level ist ziemlich harter Stoff Möchte ich anmerken Weil jemand schreibt Ziemlich harter Stoff Das Level Sogar sehr harter Stoff Wenn ihr mich fragt Okay Ich werde mich nicht erwischen Oh Oh Wir werden das Level schaffen Okay Die Dünergrotten Wir hatten lange keine so eine Grotte mehr Oh mit Rambi Wie habe ich mich geschlagen In dem Tank Level War das gut Ich glaube das war gut oder War jetzt generell kein so schweres Level vermute ich Au Rambi nein Rambi nein Oh Rambi ja Unerwartet gut Sobald ich meinen Rambi behalten kann bin ich glücklich Leg dich nicht mit Rambi an Alter Kann ich absteigen irgendwie Okay kann ich Den Rambi nehmen wir wieder mit Wie soll man das überhaupt jemals schaffen Okay ich habe Rambi noch dabei Sehr schön Rambi nein Rambi ist weg Wir haben Rambi verloren Rambi macht sein Fass jetzt im Jenseits auf Okay Sicher warum nicht Warum denn nicht Pfeil Oh nein Das heißt jetzt kommt die schwere Scheiße Was ist das Warum bin ich hier rein Kork Okay so weit zu gut Oh Das war fucking einfach Nebelmine Nebelmine klingt nicht gut Die Minen waren generell nicht so gut Hm Kommt eine Menge Sprengstoff Aber wofür Oh man kann die Spawner damit wegsprengen Das ist okay Denke ich Ganz vorsichtig Ganz vorsichtig Das hilft doch ganz gut Kleine Biber Glaubt ihr die Biber Sind die Minenarbeiter Glaubt ihr wenn ich frage Würde mir jemand auch so ein So ein Biber Fass geben Das einfach Immer Biber Spawnt Hätte ich nämlich nichts gegen Einzuwenden Ich würde mich freuen Über ein Biber Spawn Fass Auf das Fass könnte ich verzichten Sag mal warum werden die Level immer einfacher Was wäre das Ich gehe schnell in die vorherige Welt zum speichern Fürs Protokoll Vielleicht wirst du immer besser Muss wohl daran liegen Die Minen Level sind die wirklich schwer Ich meine das dachte ich auch bei den Wasser Leveln Und dann kam das eine Das war einfach Schlimmste Level im gesamten Spiel Der alte Stratus Oh nein Nein Äh Hä Okay das ist einfach nur ein Lichtschalter Was man damit anmacht Oh das ist ein bisschen belastende Gegner So ein ganz kleines bisschen Aber okay So weit so gut würde ich sagen Nur nicht stehen bleiben Komm schon Aber wer hat nicht mal den Checkpoint Das ist ein bisschen toxisch Muss ich gestehen Nur nicht stehen bleiben Ja nur nicht stehen bleiben Das ist das Wichtige Wenn man stehen bleibt Stirbt man Deswegen bleibe ich nicht stehen Und deswegen lebe ich Fürs Protokoll Ist das das Shit Level Von dem ich gehört habe Dass noch ein mieses Level kommt Ist es das Nein Das macht ihr mich aber neugierig Fuck Shit Level kommt danach Das letzte normale Level Okay Ich habe so gefühlt Ich lasse sich ziemlich viel Zeit Bei dem Checkpoint Hier gerade Was mir gar nicht so gut gefällt Ich bin gespannt dann Auf das letzte normale Level Das ist gewollt Dass der Hintergrund so flackert Mit dem Spiel Ich meine das ist Skimming von dem Level So weit Fuck Wir haben den Checkpoint Ich habe es irgendwie noch geschafft Auch wenn ich das Gefühl habe Ich hätte es nicht schaffen sollen Aber das ist okay Wir haben es trotzdem noch geschafft Fuck Fuck Da war ein fucking Necky da oben Ach Gott ich will nicht weiter gehen Moria sieht anders aus Als meine Erinnerung Also meine Erinnerung Sieht es ziemlich genau so aus Fuck Fuck Komm schon Nicht gut Nicht gut Nicht gut Nicht gut Nicht gut Nicht gut Fuck Fuck Er wurde trotzdem vor dem Necky erwischt Gut Gut Okay Okay Dieses Level ist auch ein bisschen belastend Muss ich sagen So ein ganz kleines bisschen So ein ganz kleines bisschen Das könnte alles besser laufen Muss ich leider gestehen Nein 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 Oh, mein Gott. Okay. Okay. Da rollt jemand Fässer nach mir. Gott! Ich bin doch gesprungen! Was für ein Arschloch dieser Typ ist. Ich bin doch ein Arschloch. Okay. Das hat auch irgendwie noch geklappt. Zu irgendwelchen Gründen. Ich bin immer noch so erstaunt, dass man sich tatsächlich unter den fucking Hornessen durchducken kann. Ehrlich gesagt. Oh mein Gott. Das hätte ärgerlich werden können. Sag ich euch direkt. Aero Chaos. Okay. Das letzte Level für King Karul. Oh. Oh, shoot. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Als ob er so schnell... Als ob er so schnell... Oh mein Gott. Er kann so schnell wenden. Er kann so schnell wenden. Aber wir sehen, wie schnell er wenden kann. Kommt man ja hier um einen Decay-Fass? Ja, hier drüben ist eins. Okay. Da ist noch ein zweiter. Ich hätte das fast mitnehmen sollen. Das war derselbe, wie der respawnt ist. Warum respawnen die überhaupt? Schon wieder falsch. Oh wow, sie respawnen einfach. Oh mein Gott. Und ich wiederhole, warum respawnen die überhaupt? Man hat einfach null Zeit, um zu reagieren. In den Abgrund. Außer dem Kuchen-TV-Raid. Wie viel lieben Dank. Willkommen. Ich bin im spaßigsten Teil meines Lebens. Weil ich ja das letzte... Oh mein Gott, ich habe überlebt. Das letzte Level aus Stone Cold Country ist. Nein. Nein. Das ist nicht so gut. Außer dem Kuchen-TV-Raid kann man zwölf Monate resub und von Mimata fünf Monate. Wie viel lieben Dank. Wir kommen eigentlich an das Fass da unten links ran. Ich meine... Irgendwie muss man da rankommen. Möchtlich am Anfang irgendwo. Es war erst so kein Bad mehr. Ich wollte ja eigentlich einen haben. Ich habe nur... Ich habe die falsche Stufe am Trimmer ausgewählt und dann gab es kein Zurück mehr. Das ist zwischen eine Woche her und es sieht immer noch absolut grauenhaft aus. Das war keine freiwillige Entscheidung. So fucking cake dann. Zu langsam geworfen. Ich meine, ich verstehe das als... Obwohl ich mal meinte, dass die Amadellos am schlimmsten sind. Und ich wohl mal meinte, dass sie das nicht sind. Ähm... Muss ich leider sagen... Ich... Ich... Ich weiß... Ich... Ich habe die Lektion gelernt, Spiel. Ich habe meine Lektion gelernt. Sie sind die schlimmste Gegner im... Spiel, okay? Ist okay. Ganz ruhig. Ich habe es verstanden. Die gute Sache an dem Level ist, was mich ziemlich motiviert, ist die Tatsache, dass es das letzte Level ist. Auch wenn es echt nervig wird, ist so die Sache, ist das letzte Level. Danach haben wir es quasi überstanden. Danach werden wir ein erzklassiges Lied hören. Das ist nicht ganz gut. Geh weg. Checkpoint! Warte noch. Bei King K. Rool weiß ich ungefähr, äh... Was man machen muss. Den habe ich in ein paar Videos gesehen. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich ein paar Mal sterben, aber... Ich hoffe, dass der irgendwie machbar sein wird. Die Typen sind bestimmt spaßig, wenn man nicht gerade Donkey Kong, äh, dabei hat. Ganz recht. Ich wollte die Bananen so dringend haben. Ich wollte sie so dringend haben. Ob man das gerade eben die Gegner hat, die man nur mit dem Fass besiegen kann? Die Grauen? Ich sollte... Hm... Okay, wir müssen wechseln. Diddy ist ja deutlich im Vorteil, wenn er das Fass direkt vor sich hält. Ja, okay. Ich dachte mir gerade, es würde Sinn ergeben, wenn es die Gegner sind. Komme ich noch die Gelegenheit? Ich bekomme noch die Gelegenheit zu wechseln. Okay. Wie jetzt? Dankeschön. Man kann auf der Schräge nicht wechseln, wie es aussieht. Ich möchte anmerken, dass das Schwachsinn war. Ich meine, ich bin mit dem Fass in ihn reingesprungen. Was auch immer. Vielleicht, vielleicht sollte ich es dann besser werfen mit Diddy. Vielleicht wäre das des Rätsels Lösung. Muskeln größer als Fass. Nein, ich weiß nicht. Es gibt starke Fässer. Fuck. Vorher habe ich das Gefühl, ich war schon so kurz vorm Ende vorhin. Davon ist nichts mehr übrig. Apropos nichts mehr übrig. Ich habe diese Woche was vom Inder bestellt. Es war irgendwas. Es war irgendwie Reis mit so einer Art Tomatensauce oder so und Hähnchen. Es war super gut. Gut, ich denke immer noch drüber nach. Weil ein paar Cashews in der Soße drin. Mitwechseln. Da muss ich immer noch nachdenken. Reis mit Tomatensaft. Quasi. Oh. Nein! Ich muss das Fass werfen. Ich muss das Fass werfen. Ha. Den reinzurennen wäre sehr viel einfacher. Aber ich muss werfen. Und damit meine ich, ihn reinzurennen wäre überhaupt nicht einfacher. Ganz offensichtlich. Das bringt mich nur jedes Mal um. Diddy ist vor allem zum Werfen, aber trotzdem besser als Donkey, weil Diddy's Wurf ein bisschen schneller ist. Das heißt, wir haben die Patschung auf Borderline rechtes. Was es mit dem Monster Andreas懂? Oh. Denn hierhin einem neuen drübben. Oh. 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 Okay. Jetzt wird geworfen. Fuck! Ich wusste nicht, wo ich hin muss. Wir schaffen das, wir schaffen das. Jetzt weiß ich langsam, was ich machen muss, okay? Langsam, aber sicher. Magst du das Level? Das ist okay. Also gemessen an dem, was wir an Shit-Leveln hatten, ist das halt nicht mal... Nicht mal Top 10. Von Shit-Level. Ich denke, es ist okay. Außer am Ende kommt noch irgendwas, was echt übel wird. Was sich natürlich nicht ausschließen lässt. Okay, das ist schon ein bisschen Shit, muss ich zugeben. Äh, ich bin mir sicher, das wäre das Ziel gewesen. Warte, kommt die Plattform zurück? Ja, sie kommt zurück, okay. Für jeden weiteren Tod eine Stunde mehr Ersatzbank. Naja. Nein, das liegt nicht an mir. Ich habe kein Problem mit der Zehn-Stunden-Ersatzbank. Oh, wechseln. 24 Stunden Stream-Ersatzbank. Ich meine, inzwischen sind die Folgen wieder etwas kürzer geworden. Inzwischen knacken sie nicht mehr ganz die drei Stunden. Man muss fairerweise auch sagen, man wird älter, das Format wird älter. Das nutzt sich natürlich alles ab, deswegen kann man nicht mehr so viel machen wie früher. Irgendwann kann man nicht mehr, äh, fünfmal am Tag, äh, Hand anlegen. Gott! Ich will auch immer starten mir direkt mit dir die. Da musst du Decay sein. Nein, ich kann auch, wenn ich halbwegs geschickt vorbeispringe, muss ich nicht Decay sein. Das Problem ist nur, dafür muss ich halbwegs geschickt vorbeispringen. Und das hat bisher noch nicht so gut geklappt. Ja, was halt hier davon? Ich habe meine Moves gesehen gerade. Sehr großzügige Hitbox. Ich glaube, es wäre eigentlich an sich okay, wenn ich hier auch Donkey wäre. Jetzt, wo ich eh weiß, wo ich die Fässer hinwerfen muss. Alles gut. Keine Sorge, dir die wartet auf mich. Wir gehen jetzt nämlich zum letzten Boss. Nachdem ich gespeichert habe. Aus irgendwelchen Gründen hat dir die zu viel Schaden genommen. Zeit für einen kleinen Dreher im Speicherfass, meine Freunde. Okay. Was hat der alte Cranky dazu zu sagen? Du machst dich hier ja ganz schön zum Affen. Im Dschungelfieber sollst du bla bla bla. Achte auf Rambi, das Rhino. Er rammt die Tür zu jedem versteckten Raum auf. Was, was? Lauter? Ich höre schwer. Achso, ich höre schwer. Es hat nichts, als dass wir in der letzten Welt sind. Ihr habt immer noch nicht genug, wie? Slipper, kannst du mit der Rollattacke oder mit einem gezielten Sprung ausschalten? Ja, ungefähr so groß wird es wohl sein. Naja, danke. Okay. Nekis Rache. Oh, oh. Das ist doch gar nicht der Karol. Das ist Snacky. Oh, oh. Er spuckt mehr Kokosnüsse. Oh, oh. Fuck. Oh. Nekis Rache ist ein bisschen schwierig. Au. Nein. Drei Treffer von der Kokosnuss. Okay. Zwei Treffer. Fuck. Was? Er lebt noch? Oh mein fucking Gott. Er muss erst alle Nüsse spucken, damit ich ihm Schaden machen kann. Was? Wie soll ich den Nüsse denn ausweichen? Ich will nicht nochmal Leben farmen gehen. Ich glaube, ich muss. Gott. Wie soll ich der Scheiße ausweichen? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Gott! Okay, ich weiß nicht, wie ich diesen Kokosdust am besten ausweichen soll. Okay. Wahrscheinlich sollte ich ein bisschen Leben farmen. Okay, das war ein Treffer. Eins. Zwei. Zwei. Okay, wenn ich direkt unter ihm stehe... Läuft das okay? Glaube ich. Außer er ist selber weiter unten. Oder? Nein, es läuft überhaupt nicht okay. Oh mein Gott, die Kokosdüsse fliegen so schnell! Nichts nicht. Nee. Ja. Nee. Ich vermute, ich sollte noch mal Leben farmen gehen. Wahrscheinlich, wenn ich mit denen leben, wenn ich den Bosskampf geschafft habe, will ich dann sowieso direkt zu King K. Rool gehen. Dann weiß ich, die Wahl ab, vorher noch irgendwas anderes zu machen. Er zieht bitte anfänglichen Flugbahn immer genau auf dich. Ich weiß, ich weiß nur nicht, wie ich ausweichen soll. Ich weiß, was die Kokosnuss macht. Da fliegen nur mehrere gleichzeitig im Raum. Ich weiß nicht ganz, wie ich dem ausweichen soll. Das ist das letzte Level, beziehungsweise das letzte Kampf, bevor ich dann zum letzten Boss komme. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh Gott, das war so knapp. Ah, ich denke, ich werde hier so auf das Level machen, bis ich noch mit Express so eine Runde drehen kann. Und dann sollte ich genug Leben für den Rest des Spiels haben. Wird das ein 10-Stunden-Stream? Ich hoffe nicht. Ja, wir sind schon seit siebeneinhalb Stunden online. Warte, wie lange sitze ich jetzt schon an Togi-Gong? Es ist schon so spät? Großer Gott. Ich dachte, es wäre 16 Uhr oder so. Ist Kairun nicht massiver Hurensohn-Boss? Äh, ja, aber das ist Necky auch, also. Aber davon hatten wir auch ziemlich miese Level, also ich denke, ähm. Fuck. Ich werde es im Jahrfall noch hinbekommen. Ich glaube, da hat sich jemand dann aber sehr gut der Halt gefühlt, wenn er die Zeit aus dem Auge verloren hat beim Spielen. Ich meine, zum Teil... Zum Teil hatte ich definitiv nicht allzu viel Spaß. Ich denke, die, äh, Winterwelt ist absolute Scheiße. Ehrlich gesagt. Ich denke, mein Leben wird ein besseres sein, wenn ich diese nie wieder spielen muss. Zum Glück haben wir Sommer. Warum? Was würde sich an irgendwas in diesem Stream ändern, wenn wir Winter hätten? Ach so, wegen, äh, der, der Winterwelt, verstehe. Hä. Wenigstens werde ich, äh, eine Menge Leben haben, äh, wenn ich hier rausgehe, was ganz nett wird. Und jetzt noch den alten Vogel mitnehmen. Und jetzt noch den alten Vogel mitnehmen. Kein guter Flug. Ja, was auch immer. Sollten ja auf jeden Fall coole sieben Leben mitnehmen können, ohne allzu viele Probleme. Auch wenn ich immer noch denke, dass man, äh, leicht auf, äh, auch auf, äh, acht Leben kommen könnte. Aber, äh, dafür bin ich nicht gut genug. Was dagegen spricht, dass es leicht ist, aber, äh, versteht schon. Es wurde unerwartet knapp. Ganze sieben Kerle. Wann lernst du die optimale Route? Ich fliege halt im Zickzack immer runter. Weiß nicht, wahrscheinlich nicht die optimalste Route, aber es ist auch nicht die schlechteste. Ist ne okaye Route. Ne gute Route. Jetzt noch den alten Rambi mitnehmen. Zehn müssen drin sein. Hm. Ich frage mich, was das Maximum ist, was man wirklich bekommen kann. Ich meine, ich denke nicht, dass wirklich möglich ist, alle mitzunehmen. Oh, ich hab das O nicht mitgenommen. Egal. Was ist so das, äh, realistisch erreichbare Maximum? Ich würde sagen, oh, fuck, ich muss Snacky wieder machen. Haben ja seit langem wieder Schoko-Fresh gehört. Was haben die aus den Hippos-Slash-Rhinos gemacht? Hey, das hab ich vorhin auch angemerkt. Sie haben, äh, sie haben die Rhinos ersetzt und dafür einfach nur zwei komische Kammern gemacht, aus irgendwelchen Gründen. Ich mochte die Nashörner. Scheinbar war irgendjemand bei Kindern der Meinung, dass, äh, dass es sich nicht vermarkten lässt. Oh, ja. Okay. Los geht's. Nackys Rache. Äh, Zero Grey, frischer Sub. Wie viel lieben Dank, Liebke666. 62 Monate. Free Sub auch dafür. Wie viel lieben Dank. Nein. Fuck. Wir benähern uns. Ist das eigentlich auf dem Mister? Yeah. Genau auf jenem. Mit dem, äh, Super Nintendo Adapter. Manchmal hat das Spiel auch ein paar Slowdowns und sowas. Da dachte ich mir, oh. Ich wusste nicht, dass das im Spiel eine Sache ist. Oh mein Gott, man muss einfach am Rand stehen und drüber springen. Wow. Wow. Wow, wirklich? Scheinbar ist der Kampf doch scheißeinfach. Oh, oh. Die Galionsplanken. Arr. Oh. Ich müsste ein bisschen aufdrehen. Jetzt geht's richtig los. Okay. Hmm. Wir lernen das noch. Okay. Fuck. 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 Oh, ich fühl das Intro von dem Lied am meisten, ehrlich gesagt. Weil, weil ich gerade sehe, ich fühl das Intro nicht so sehr bei dem Lied. Das Intro ist der beste Teil. Okay, ich sterbe ziemlich oft. Ich mache wieder ein bisschen leiser. Ich denke, ich weiß so weit größtenteils, was ich machen muss. Ich muss es nur noch umsetzen, ohne getroffen zu werden. Das ist aktuell so der Schwierigkeitsgrad daran. 1 2 3 Jetzt kommt der Sprung. Da kommt noch ein Kronentwurf. Fuck! Was machst du jetzt? Was? Okay, jetzt kommen sie nochmal zurück. Und dann kommen sie nochmal. Und jetzt habe ich das Spiel gewonnen. Jetzt kommen die Kredits. Und ich werde den Controller zur Seite legen. Denn ich habe gewonnen. In tiefer Dankbarkeit an Kodierung, Klapp-Trap, Charaktere, Crusher, Kunst, Critter, Konzept, Klump, Kommando, King K. Rool, Ende? Ist es das Ende? Ich habe doch keine Ahnung, dass er auf mich zuspringen wird. Wahrscheinlich will ich dann einfach hier stehenbleiben und mich ducken oder so. Warum habe ich mich geduckt, um das zu zeigen? Nein, stirb. Außer Vrongi, 57 Quater, resub. Vielen, vielen lieben Dank. Und der Dead Shadow, frischer Sub. Dafür, vielen, vielen lieben Dank. Oh! Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Das heißt, als nächstes kommt dann der Sprung. Dann kommt der Kronenwurf. Und dann kommt mein Angriff. Dann kommt der nächste Sprung. Ich muss sagen, der Kanonenkugelangriff. Nicht so gefährlich, wie er K. Rool sich vielleicht erhofft. Jetzt gehe ich davon aus, dass er ihn sicher gefährlicher vorstellt, als ich ihn wahrnehme. Denn das ist nicht zu gefährlich. Okay. Fuck! Ich wollte es nicht anders. Ich habe es herausgefordert. Ich habe es herausgefordert. Das ist nicht so gefährlich. Warum ist dein Angriff eigentlich, dass er seine Krone wirft? Was soll das für ein Angriff sein? So wirst du nie als Smash Bros. Kämpfer auftauchen. Kann er in Smash seine Krone werfen? Müsste er, oder? Yeah. Ja, gibt Sinn. Das ist ein ikonischer Move. Ja. Ich denke, ich sehe es. Dieser Angriff ist wirklich viel Zeitverschwendung. Okay. Zufrieden? Der Krokodil. Ich sage, ich werde mich ducken, Bernd. Au! Warte, wie soll ich denn ausweichen? Was? Außerdem dachte ich, dass jetzt die Credits kommen. Wie weicht man ihm aus, wenn er, äh, losspringt. Er hat gar keine Zeit, um zu reagieren. Er findet es noch heraus. Ducken? Ducken? Ja, wahrscheinlich. Wäre auch das, was ich nochmal versucht hätte. Ich wünsche dir wirklich wertlich, den Kanonkugelangriff. Es ist einfach so viel Stillstand, bis man, äh, die problematische Phase nochmal versuchen kann. Fuuuuck! Ich wünsche dir, was ich noch nicht. Ihr wollt mich verarschen Ihr wollt mich doch verarschen Jetzt bin ich in den Reingesprungen Das war der letzte Treffer Egal, ich weiß, wie ich ausweichen muss Das war nicht gut Okay Auf ein neues Okay, ich war nicht aufmerksam Pass auf Werden jetzt besiegen Als Beweis dafür Mache ich die Musik lauter Jetzt werden wir das ganze Lied durchhören Ja, ich mach dich Ich mache mir das ganze Lied durchhören Ich mache die Musik lauter Und wie ich mich da Wenn du über hast, kannst du in den Nämen Vielen Dank ?! Ich mache mich die Musik Damals auf dem Super Nintendo, kleinen Gitarren noch wie Gitarren. Nicht so wie heutzutage, wo sie einfach nur wie ein Zupfinstrument klingen. Okay. Um eins. Zwei. Drei. Wo ist die Banane? Gut gemacht, mein Junge. Hätte ich dir Grünstabe gar nicht zugetraut. Eine ganze Runde Kremlins ganz allein fertig gemacht. Da lacht das stolze Opa-Herz. Schau mal in deinem Lager nach. Du könntest eine nette Überraschung erleben. Ah ja, wir waren gleich im Bananenlager. Egal, egal. Hätte ich gespielt, hätte ich ja alles gefunden. Sicher. Da gibt es sicher noch ein paar Bonusräume, die ihr übersehen habt. Es gibt nichts, was mir weniger wichtig in meinem Leben wäre, als 100% in Donkey Kong Country. Oh, die Bananenhorde. Die Bananen sind zurück. Einmal war ich da. Ja, da war ich versehentlich aber drin. Die Mitspieler. Die bösen Typen. Naughty. Oh, jetzt sieht man die Namen. Necki. Army. Der Armadillo. Singer. Die heißen Singer. Slipper. Maggie Kong. Mini Necki. Hier gibt es Sinn. Böse Wassertypen. Bite Size. Croctopus. Chomps Junior. Und jetzt kommt der große Chomps. Chomps. Clambo. Squitch. Nein, Clambo, nicht Squitch essen. Ich meine, Chomp. Chomp. Die Kremlings. Critter. Clump. Crash. Der Lore. Sie sind Claptrap. Rock, Croc. Den haben wir nicht gesehen, weil ich die Stop and Go-Stage skippt habe. Crusher. Die Bosse. Very naughty. Master Necki. Queen Bee. Queen Bee. Really naughty. Dumb Drum. Master Necki Senior. Und King K. Rool. Die netten Typen. Die kennen wir, aber okay. Rambi. Expresso. En Garde. Winky. Squawks. Squawks macht nicht viel. Ich lebe es, dass am Ende die ganzen Gegner und sowas vorgestellt werden. Bin ich jetzt dran? Funky Kong. Er ist so funky. Candy Kong ist so heiß. Klar, ich bin der Nächste. Cranky Kong. Diddy Kong. Donkey Kong. Ich würde Cranky Kong nicht ins Café einladen. Er darf keinen Kaffee mehr trinken. Was soll die Scheiße, Diddy? Oh. Er hat einfach den Bud Spencer Move gemacht. Einfach von oben auf den Kopf. Er macht es wieder. Ich meine, es sind Affen. Ein Leben hätte mir genügt. Ich wäre schneller gewesen. Danke an. Ja, okay. Okay. Wenn wir die Credits... Credits selber sind mir eigentlich egal. Okay, ich würde sagen, wir haben... Vom Spielchen, alte Dokumentation auf VHS. Ja, davon gibt es auch YouTube Upload. Ich weiß, welche du meinst. Außer von Morabation als Morte. Ries up. Vielen, vielen Dank. Puh. Und dann würde ich sagen, wir sind fertig für heute. Der Stream morgen... ...wird in frühestens 24 Stunden losgehen etwa. Ich würde eher so sagen, dass ich gegen 19 Uhr anfangen werde. Wann kommt ein Speedrun zu dem Game? Ich denke gar nicht. Ich denke gar nicht. Ja. Hey, das ist David Wise. Und Fischer. Ich weiß nicht, wer Fischer ist, aber gute Arbeit. Endlich größtes Lebensstil erfüllen. Ja, ich habe Donkey Kong Country durchspielt. Ich habe heute random angemerkt, dass ich es nicht durchgespielt habe. Jetzt haben wir es durchgespielt. Geht Donkey Kong Country länger als Teil 1? Wahrscheinlich, oder? Aber ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir Teil 2 vielleicht auch mal durchspielen, ehrlich gesagt. Ich meine, jetzt, wo ich quasi Pro bin in Donkey Kong Country, ein bisschen. Ja, würde ich es wahrscheinlich eher in zwei Streams aufteilen. Ich denke, wir werden Teil 2 mal noch einen Angriff nehmen. Ich glaube, ich hätte Lust darauf. Teil 2 ist auch viel besser. Ja, ich habe Teil 2 auch die ersten drei Welten oder so gespielt. Ich glaube, ja, die ersten zwei Welten. Ich habe Teil 2 auch ein bisschen gespielt. Ich habe es natürlich auch auf Super Nintendo auch da. Aber ich habe es auch nie durchgespielt, natürlich. Original Donkey Kong von Shigeru Miyamoto. Den kenne ich. Den kenne ich. Ist es im Hintergrund das Segelbootbild von den Simpsons? Es ist schon sehr verdächtig ähnlich, das stimmt. Präsentiert von Nintendo. War ein guter Stream. Ich bin sehr zufrieden. Und ja, wie gesagt, morgen werde ich dann gegen Abend anfangen. Ich denke, wir werden Demon's Souls anfangen. Aber mal schauen. Ob ich morgen noch Lust darauf habe. Wir werden sehen. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Donkey Kong Country. Ich war für coole 8 Stunden online. Dann ist es an der Zeit, meinen Arbeitstag zu beenden. Äh, bis morgen und tschüss.